Meine Damen und Herren, zu einer Buchpräsentation, ein wunderbares Buch zu einer wunderbaren, großartigen Ausstellung. Es gibt schon in wenigen Exemplaren, habe ich gehört, ich bin einer der Privilegierten, der sich das schon ausborgen durfte. Das Buch zur Ausstellung über Friedl Dicker Brandeis, eine Frau, die eine ganz besondere Bedeutung für die Sammlung der Angewandten, aber auch für Österreich hat und noch mehr haben könnte. Ich gratuliere und bedanke mich bei Stefanie Kitzberger, die heute leider krankheitsbedingt nicht hier sein kann, Cosima Reiner und Lina Schädler, die Herausgeberinnen dieses Buches, ein Panoptikum von hochinteressanten, wenig bekannten Bildern und großartigen Texten. Und ich werde mir erlauben, mit einem Zitat aus der Ausstellung zu beginnen. Ein kurzes Zitat, das ich bei einem Gang durch die Ausstellung auf einem dieser Collagen, diese wunderbaren Collagen, die Friedl Dicker Brandeis gemacht hat, gefunden habe. Im Überfluss erstickt die eine Seite, die andere hat nichts vom Reichtum dieser Welt. So sieht sie aus, mein Kind, diese Welt. Da wirst du hineingeboren, da gibt es welche zum Scheren bestellt und welche, die werden geschoren. So sieht es aus, mein Kind, in der Welt, in unseren und in anderen Ländern. Und wenn dir, mein Kind, diese Welt nicht gefällt, dann musst du sie eben ändern. Das klingt fast wie ein Aufruf, eine Ermunterung an jene jungen Menschen, die aus Verzweiflung darüber, dass ihre Zukunft zerstört wird, die noch viele Jahrzehnte sein sollte, sich auf Straßen und Bilderrahmen festkleben und die Tomatensuppe auf Kunstwerke schütten, die durch Glasplatten geschützt sind. Wie hätte wohl Friedl Dicker Brandeis reagiert, wenn diese jungen Menschen jetzt als Terroristen beschimpft werden, während andere den Terror durch Naturkatastrophen weiter befeuern dürfen? Während Jahr für Jahr große Staatenlenker zu großen Konferenzen zusammenkommen und mehr oder weniger aussagekräftigen Dokumente sich abbringen, beschließen und währenddessen weiterhin der Grund für diesen Terror durch Naturkatastrophen steigt und steigt. Nicht weit von hier steht eine riesige Statue und es schaut aus wie eine Änderung des Themas, aber Sie werden gleich sehen, es ist nicht wirklich eine Änderung des Themas. Eine riesige Statue, nicht weit von hier, zu Ehren eines Mannes, der öffentlich gesagt hat, es sei ihm gleichgültig, ob die Juden gehängt, geköpft oder erschossen werden. Mit solchen Worten hat Karl Lueger das Volk verhetzt. Der verbalen Gewalt Luegers folgte die physische Gewalt der Nazis. Friedl Dicke Brandes wurde im Kassett Auschwitz ermordet. Das Lueger-Denkmal am Luegerplatz darf kontextualisiert, aber nicht, gar nicht angerührt werden, sagt das Bundesdenkmalamt. Was wäre es doch für ein großartiges Statement, wenn ausgerechnet der Platz, auf dem das Lueger-Denkmal steht, nach Friedl Dicke Brandes benannt wird? Am Friedl Dicke Brandesplatz würde dann eine Statue stehen, die einen Mann ehrt, der den Boden für ihre Mörder aufbereitet hat. Was wäre das für eine Manifestation der Dialektik der Geschichte? Ich wünsche Ihnen viel Gewinn bei der Lektüre dieses Buches über Friedl Dicke Brandes. Ich wünsche jenen, die noch nicht die Ausstellung besucht haben, viel Vergnügen und viel Erkenntnisgewinn in der Ausstellung und jene, jenen, die schon in der Ausstellung waren, empfehle ich noch einmal hinzugehen. Es lohnt sich. Alles Gute. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem einmaligen Anlass, wo wir das Buch vor allem hochleben wollen. Doch bevor wir das tun, lassen Sie mich ein bisschen den Rahmen ausweiten und etwas zu unserem Projekt sagen. Für die Schweiz ist es eine Entdeckung. Das Werk von Friedl Dicke Brandes ist bei uns bislang noch nie in einer Einzelausstellung gewürdigt worden. Zwar gab es im Jahre 1989-90 eine Wiener Kooperation mit dem Architekturmuseum in Basel, doch damals wurde Friedl Dicke gemeinsam mit ihrem zeitweiligen Atelierpartner Franz Singer präsentiert und der Fokus, der lag ganz klar auf dem Bauhaus. Daher ist die Zusammenarbeit mit Kunstsammlung und Archiv der Universität für angewandte Kunst für uns, also ich bin von der Grafischen Sammlung ETH Zürich, eine ideale Gelegenheit, diese wichtige österreichische Künstlerin nach der Ausstellung im Heiligen Kreuzerhof im Frühling 23 nach Zürich zu bringen. Die Grafische Sammlung ETH Zürich besitzt allerdings keine Werke der vielseitig Begabten und so mögen Sie sich vielleicht fragen, warum wir dieser Künstlerin überhaupt eine Einzelausstellung mit wissenschaftlicher Publikation widmen. Denn in der Tat präsentieren wir meist Ausschnitte aus unserer eigenen Sammlung. Wir besitzen rund 160.000 Kunstwerke auf Papier von Albrecht Dürer, Rembrandt, Francisco de Goya, Angelika Kaufmann über Pablo Picasso, Kette Kohlwitz, Anne Warhol bis hin zu Louis Bourgeois, Sylvia Bechli oder etwa Miriam Kahn. Genügend hochkarätige Werke also. Und doch habe ich mich rasch für die Kooperation begeistern lassen, als mich im Dezember 2020 Cosima Reiner kontaktierte. Dies aus mehreren Gründen. Es war uns rasch klar, wie einzigartig der Bestand im Besitz von Kunstsammlung und Archiv ist. Er bietet uns die außerordentliche Möglichkeit, Dika Brandeis in ihrer ganzen Breite vorzustellen. Ebenso rasch wurde deutlich, dass eine Präsentation auch thematisch Sinn macht. Die Künstlerin war in sehr vielen verschiedenen Bereichen tätig und verlieh ihnen wichtige Impulse. Da die Grafische Sammlung an der ETH Zürich, also an einer technischen Universität angesiedelt ist, ist es mir persönlich besonders wichtig, immer wieder Kunstschaffende vorzustellen, die auch an der Schnittstelle zu anderen Disziplinen arbeiten. Hier zum Beispiel zur Architektur. Zudem richten wir immer wieder gerne unsere Aufmerksamkeit auf Künstlerinnen und Künstler, die bisher noch nicht die gebührende Anerkennung erhalten haben, wie eben, wir haben es gehört, Friedel Dika Brandeis. Und wie übrigens auch Lil Tschudi, eine Schweizer Künstlerin, der wir vergangenen Winter eine Ausstellung gewidmet haben. Obwohl sie mit ihren Linol-Schnitten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts große Bekanntheit im angelsächsischen Raum erreichte, blieb sie darüber hinaus fast gänzlich unbekannt. Ein Ausstellungstausch schien Cosima Reiner und mir daher vielversprechend. Werke von Dika Brandeis werden daher von 29. März bis 18. Juni 2023 bei uns präsentiert. Und schon jetzt lade ich sie herzlich zur Eröffnung am 28. März am Abend ein. Es wird interessant sein zu sehen, wie Friedel Dika Brandeis, wie ihr Werk in einem anderen Umfeld, in anderen Räumen, ja in einem anderen Display wirkt und welche Fragen und Diskurse sie in Zürich auslösen wird. Demgegenüber reisen wiederum im Herbst 2023 Arbeiten von Lil Tschudi zu ihnen nach Wien und werden erstmals überhaupt in die Bestände von Kunstsammlung und Archiv der Universität für angewandte Kunst in Wien eingebettet. Etwa über Berührungspunkte zum österreichischen Maler und Kunstpädagogen Franz Schischek oder über Tschudis großes Vorbild, die österreichische Tiermalerin Norbertine Bresslern-Roth. Obwohl, das sei hier ganz deutlich angemerkt, Dika Brandeis und Tschudi völlig unterschiedliche und nicht miteinander vergleichbare Lebensumstände hatten, gibt es auf der Ebene, und das interessiert hier uns auf der Ebene der Kunst lose Parallelen. Doch unsere Partnerschaft ergibt auch deshalb Sinn, weil wir beides Universitätssammlungen sind mit einer großen Nähe zu Lehre und Forschung. Daher ist auch ein Austausch im Rahmen von Seminaren geplant und es freut mich, dass Eva-Maria Stadler mit Studierenden zu uns kommen wird. Das Gespräch geht damit über die Ausstellungseröffnung hinaus vielversprechend weiter. Und über die Ausstellung hinaus wird auch die umfassende wissenschaftliche Publikation Bestand haben. Sie steht heute im Zentrum. Es freut mich sehr, dass wir das Buch gemeinsam herausgeben und ich bedanke mich bei Cosima Reiner und leider ist sie nicht hier, auch bei Stephanie Kitzburger für die umsichtige Betreuung. Wir haben das besondere Glück, dass wir heute viele Autorinnen und Autoren hier haben, die ihre Erkenntnisse vorstellen und mit uns diskutieren. Ich freue mich sehr darauf und werde daher selbst nichts weiter zum Buch sagen, sondern gerne das Wort Cosima Reiner übergeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Linda Scheder, für diese schöne Begrüßung und auch für den Enthusiasmus in der Kooperation, der von Anfang an bei dir auch sozusagen Fuß gefasst hat. Und es hat sich jetzt doch zwei Jahre eine intensive Zusammenarbeit entwickelt. Und wir haben unsere Ups und Downs gehabt, weil wir natürlich auch sehr viele extra Gelder zum Teil haben versucht zu gewinnen. Und auch das hat alles eigentlich dank auch deiner Unterstützung sehr gut geklappt. Ja, ich darf Sie im Namen von Kunstsammlung und Archiv herzlich begrüßen. Ich erzähle dann später auch was zu den Bildern, die Sie hier sehen. 2022 kann man ja geradezu als Friedl-Dicker-Brandeis-Jahr bezeichnen. Anfang des Jahres gab es die erste österreichische Museumsretrospektive in Linz im Museum Lentos. Seit September 2022 zeigen wir erstmals den umfangreichen Sammlungsbestand der Universität für angewandte Kunst in einer vertiefenden Studienausstellung im Heiligen Kreuzerhof. Und morgen Abend eröffnet im Wien-Museum im Musa eine Ausstellung, die sich besonders der Ateliergemeinschaft Franz Singer und Friedl-Dicker widmet. Friedl-Dicker-Brandeis hat jedoch nur punktuell Eingang in die Kunstgeschichte der europäischen Moderne gefunden. Eine komplexe Auseinandersetzung mit ihrem Werk hat nach ihrer Ermordung 1944 durch die Nazis lange nicht in der österreichischen Museumslandschaft stattgefunden. Die Universität für angewandte Kunst ist die einzige öffentliche Institution, die aktiv einen Sammlungsbestand zu Friedl-Dicker-Brandeis aufgebaut hat. Dieser umfasst über 200 Werke. Initiert hat das Engagement der Künstler, Ausstellungsmacher und ehemalige Rektor der angewandten, Oswald Oberhuber. Er hat Friedl-Dicker in zwei paradigmatischen Ausstellungen, zu der Sie hier die Kataloge sehen, erstmals wiederentdeckt. Zum einen in der Ausstellung Die österreichische Avantgarde, ein unbekannter Aspekt 1976, das ist der schwarze Katalog, und die war zu sehen in der Galerie nächst St. Stephan und im Taxis-Palais in Innsbruck und dann 1985 in seiner Ausstellung Vertreibung des Geistigen zur Kulturpolitik des Nationalsozialismus an der Hochschule für angewandte Kunst. Was immer du siehst, könnte auch anders sein, ist der Titel der Einführung, die ich mit Stefanie Kitzberger für die vorliegende Publikation geschrieben habe. Dieser Satz steht paradigmatisch für Friedl-Dicker-Brandeis-Gestaltungsansatz, könnte aber auch ein Leitsatz von Oswald Oberhuber gewesen sein. In seinem Konzept der permanenten Veränderung ging es ihm um eine ständige Befragung von Kunst, ihren Ausschlussmechanismen und hermetischen Gerinnungen in Konventionen. Oberhubers programmatische Arbeit wurde in unserer Ausstellung Schule Oberhuber, eine Sammlung als Programm im Frühjahr 2022, in der Universitätsgalerie umfassend dargestellt. Oberhubers Augenmerk lag auf Avantgarde-Künstlerinnen und durch den Faschismus ermordeten, vertriebenen oder auf andere Weise marginalisierten Figuren der österreichischen Kulturlandschaft. Mit seiner Schenkung einer Druckgrafik Friedl Dickers und weiteren drei fotografischen Abzügen aus der Reihe der politischen Fotokollagen legte er 1981 den Grundstein für den Aufbau einer Sammlung zu Friedl-Dicker-Brandeis an der Angewandten. Erika Patzka, die heute auch hier ist, dich herzlich begrüße, Sammlungsleiterin von 1980 bis 2004, setzte diesen Fokus fort und um. Durch ihr und ihres Nachfolgers Patrick Werkners Engagement gelangten zwischen 1990 und 2012 mehrere Konvolute an Grafiken, Gemälden und Briefen aus dem Privatbesitz von Judith Adler, Georg Schrom und Hildegard Angelini Kotny in die Sammlung der Universität für angewandte Kunst. Alle drei genannten Personen sind in biografischer Hinsicht mit Friedl-Dicker-Brandeis verbunden. Mit einem ersten Ankauf von über 50 Werken aus dem Besitz von Judith Adler, die die Tochter von Dickers-Brandeis Studienkollegin und Freundin Anni Wottitz-Moller ist oder war, sie ist leider gestorben, gelangte von 1999 bis 2002 über die Familie Adler der Hauptteil des Konvoluts an künstlerischen Arbeiten und archivalischen Dokumenten in unseren Sammlungsbestand. Dazu gehören unter anderem die acht historischen Glasnegative, die die erwähnten politischen Fotokollagen aus den 1930er-Jahren dokumentieren und die nun erstmals hochauflösend digitalisiert wurden und so in großen Prints im gesamten Umfang detailreich in der Ausstellung und Publikation gezeigt werden können. Das Konvolut umfasst auch architektonische Entwürfe aus der Ateliergemeinschaft mit Franz Singer und Gemälde aus Dicker Brandes späterem Werk, sowie wichtige Briefe aus den 1920er- bis 1940er-Jahren. Weiters umfasst es zahlreiche Grafiken, die die Künstlerin im Kontext ihrer Ausbildung am Weimarer Bauhaus von 1919 bis 23 und während ihrer Arbeit als Bühnenbildnerin in Dresden und Berlin angefertigt hatte. Über den Nachlass von Hildegard Angelini Kotny gelangten 2002 weitere umfangreiche Briefwechsel und Gemälde in die Sammlung der Universität für angewandte Kunst. Hilde Kotny hat Friedl Dicker Brandes 1936 in Prag kennengelernt und stand mit ihr insbesondere während ihres Exils in Prag und in Ronow, aber auch noch nach ihrer Deportation ins KZ Theresienstadt in engem Austausch. Warum ist Friedl Dicker in der Kunstgeschichte der europäischen Moderne kaum sichtbar? Diese Vernachlässigung hat in Dicker Brandes Fall mehrere Ursachen. Dabei spielen geschlechtsspezifische, klassistische und antisemitisch bedingte Formen der Marginalisierung, welche etwa die Rezeption Dickers primär als Partnerin des Architekten Franz Singer zur Folge hatte, ebenso eine Rolle wie die faktische Zerstreuung und der weitreichende Verlust von zentralen Teilen ihres Werks. Die Selbstbegleitphänomenen ihrer Unterdrückung als Sozialistin und Kommunistin ab den 1930er Jahren und ihrer Ermordung als Jüdin durch das nationalsozialistische Regime sind. Es ist aber auch die Tendenz der Kunstgeschichte, den Kanon zum 20. Jahrhundert entlang der Trennung von Medien und einer vermeintlichen Dichotomie von bildender und angewandter Kunst zu etablieren, was die Einordnung und Interpretation von Dickers interdisziplinären Oeuvre behindert hat. Dicker Brandes, die mit den Mitteln der Kunst auf ihre sich häufig ändernden, zum Teil prekären Lebenssituationen reagierte, war eine höchst widerständige, ästhetisch wie sozial kraftvolle Künstlerin. Mit der Ausstellung Friedel Dicker Brandes Werkstätten bildender Kunst zeigen wir erstmals den umfangreichen Bestand der Universität für angewandte Kunst, der Arbeiten, wie ich erwähnt habe, aus allen wichtigen Werkphasen beinhaltet. Die Ausstellung ist aber auch das Ergebnis eines zweijährigen Forschungsprojekts, in dessen Zusammenhang die vorliegende Publikation erarbeitet wurde. Daher haben wir eigentlich eine Ausstellung zum Buch erarbeitet und nicht umgekehrt das Buch zur Ausstellung gemacht. Wir danken hier auch allen Autorinnen für ihre unglaublich bereichernden Beiträge, die uns auch geholfen haben in der Konzeption der Ausstellung, die wir gestern gemeinsam besichtigen konnten. Also noch zur Ausstellung möchte ich noch etwas ergänzen und auch ein paar Bilder dazu zeigen. Also eine Ausstellung bietet zahlreiche Möglichkeiten, was man und wie man etwas über eine Künstlerin sagen kann. Das beginnt mit der Erzählform und wie sich diese in der Ausstellungsgestaltung zeigt. Ich zeige Ihnen eben einen Durchlauf durch die Ausstellung, die vom Künstler und Co-Kurator Robert Müller hochsensibel gestaltet wurde. Unser Ziel war, den Blick auf das Oeuvre der Künstlerin weiter zu nuancieren und vertiefen. Dabei vermeiden wir einen biografistisch vereinnahmenden oder linearen Zugang. Die Ausstellung geht von den Werken aus und setzt diese in vertiefende Kontexte. Dabei wird besonders Friedel Dicker Brandeis unglaublich ergreifende und komplexe Bildsprache und ihre kritische und politische Haltung herausgearbeitet, die sie in all ihren Werkphasen auf den Punkt bringt. Die Ausstellung zeigt Friedel Dicker als eigenständige, vielseitige, kraftvolle Künstlerin sowie in ihren mannigfachen Verbindungen zu intellektuellen und künstlerischen Bezugsfiguren. Da von dieser Künstlerin und auch von ihren Ateliergemeinschaften so vieles zerstört wurde und vieles verloren ging, bildet die Ausstellung eine Art Studiensituation nach, die die Werke kontextualisiert und tiefergehend lesbar macht. Dies geschieht durch weiterführende Archivalien, Briefe, Zeitungsnotizen, Rezensionen und Publikationsmedien, die in Bezug zu ihrer Arbeit stehen. Wir zeigen Friedel Dicker Brandeis als Künstlerin, die Kunst als Kraftfeld lebt, durch das Leben und Erleben verwandelt werden können und das Möglichkeiten für Gegenwelten bietet, sei es als real gebaute Farbräume oder als imaginäre Welt. Mit entsprechend problemorientierten Fragestellungen liefert die Ausstellung und die vorliegende Publikation neue Beiträge zu Friedel Dicker Brandeis, aber auch zur Geschichte des Modernismus und seiner Dekanonisierung. In diesem Sinne möchten wir das Programm Oswald Oberhubers, des Gründers von Kunstsammlung und Archiv, an der angewandten Zeitgenössisch interpretieren und fortfahren. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei meiner Kollegin Stefanie Kitzberger bedanken, die leider nicht da ist, die als Mitherausgeberin, Redakteurin und Autorin mit unglaublicher Begeisterung und Engagement an der Umsetzung der Publikation, die wir Ihnen heute vorstellen dürfen, gearbeitet hat. Eva-Marie Klimpel ist so nett und wird dann einen Einblick in die Publikation geben, an Vertretung von Stefanie. Im Namen von Stefanie möchte ich auch mich ganz herzlich bei Martha Stutteregger bedanken für ihre wunderbar einfühlsame grafische Umsetzung der Publikation. Zudem möchte ich mich bei unserem Kollegen und Co-Kurator Robert Müller herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit. Ganz besonderer Dank gilt den Autorinnen, die wir für diese Zusammenarbeit gewinnen konnten und die heute alle anwesend sind. Ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr über die Beiträge und danken für die plurikausalen und moderne kritischen Zugänge, die die Sichtweise auf Friedel Dicker Brandes erweitern und bereichern. Dann möchte ich mich auch ganz herzlich bei Laura Ecker-Karleger, Eva-Marie Klimpel bedanken, ohne die die Publikation und Ausstellung nicht möglich gewesen wäre. Das gilt auch für das Team von Kunstsammlung und Archiv, allen voran Silvia Herkt und Judith Burger, die uns in allen Bereichen unterstützt haben. Weiter gilt mein großer Dank den Unterstützerinnen der Publikation, das sind vor allem Rektor Gerald Barst, Anja Seibenbusch und Linda Schädler. Ebenso der Zukunftsfonds, der Nationalfonds der Republik Österreich, die erste Stiftung und Botschafterin Theresa Indian vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, die das Projekt von Anfang an unterstützt hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe das Wort jetzt an Eva-Marie Klimpel. Danke vielmals. Applaus 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 Okay. Ja, guten Tag. Ich darf heute Stephanie Kitzberger vertreten, von der wir schon gehört haben, die, wie gesagt, leider krankheitsbedingt nicht hier sein kann, ohne die dieses Buch aber undenkbar wäre. Ja, und ich zeige Ihnen ein paar Einblicke in die Publikation Friedel-Dicker-Brandeis, Werke aus der Sammlung der Universität für angewandte Kunst Wien und spreche zur Konzeption und Gestaltung dieser. Den Umschlag des Buches, das von Martha Stutter-Egger grafisch gestaltet wurde, bildet eine Farbstudie Friedel-Dicker-Brandeis, die 1927 als Entwurf für den Fußboden der Wohnung von Hans Heller, eines Klienten der Ateliergemeinschaft Dicker und Singer, angefertigt wurde. Im Kontext der Publikation steht die Farbstudie für zwei wesentliche Charakteristika des Werks der Künstlerin ein. Einerseits ihr stets gattungsübergreifendes interdisziplinäres Arbeiten, andererseits für jene Form, in der insbesondere ihr architektonisches Werk heute sichtbar wird, beziehungsweise erforscht werden kann. Als Entwürfe, jedoch nicht mehr als Gebäude oder Innenraumeinrichtungen, denn diese wurden allesamt zerstört. Friedel-Dicker-Brandeis Werke aus der Sammlung der Universität für Angewandte Kunst Wien ist ein Buch in zwei Sprachausgaben, publiziert Mitte Kräuter, das erstmals den gesamten Werkbestand zur Künstlerin am Institut für Kunstsammlung und Archiv der Angewandten dokumentiert und kontextualisiert. 21 kürzere Werktexte setzen sich mit einzelnen Arbeiten oder ganzen Werkgruppen in recherchenbasierten Close Readings auseinander, während die acht längeren Essays stärker darauf ausgerichtet sind, das Werk von Dicker-Brandeis in Bezug auf biografische Kontexte sowie künstlerische und politische Diskurse der 1920er bis 1940er Jahre zu beleuchten. Sie werden zu einigen Beiträgen im Buch gleich noch mehr erfahren. Wir haben uns bewusst gegen eine chronologische Reihung und ebenso gegen eine Trennung von Werktexten und Essays entschieden. Stattdessen kommentieren und ergänzen diese einander. So folgt etwa Hamida Sivats Werktext zu Dickers Arbeit Verhör 3 von 1933 bis 1934, den Untersuchungen der gesamten Serie zum Verhör durch Julie Johnson, die in ihrem Essay verschiedene Selbstporträts näher betrachtet. Laura Egger-Karlegers Werktext zu den Textilien folgt wiederum auf Mark Wigleys Essay Der befreiende Innenraum von Friedel Dicker, in dem dieser auf die zentrale Rolle des Textilien in der architektonischen Arbeit der Künstlerin hinweist. Das Buch ist für ein interessiertes, breites Publikum konzipiert, soll aber ebenso ein Nachschlagewerk für Forschende und Studierende sein. Neben der Restaurierung aller Arbeiten spielte daher mitunter die evidenzbasierte Aktualisierung von Grunddaten zur Künstlerin eine wichtige Rolle. Aus dieser sind neben einer umfangreichen Werkliste auch eine Bibliografie, eine Biografie, sowie eine Liste mit Ausstellungen, Theatervorstellungen, Liederabenden, Messen und Vorträgen, an denen Friedel Dicker Brandes beteiligt war, hervorgegangen. Auf unserer Website werden in den kommenden Wochen auch die Langfassungen dieser Recherchen abrufbar sein. Und an der Ermöglichung des Buches sind viele Personen beteiligt, von denen einige gerade schon erwähnt wurden. Die anderen finden sich hoffentlich in unserer schriftlichen Danksagung im Buch wieder. Wir möchten an dieser Stelle noch Sophie Matheu und Lian Hanna-Walter, die die Bildredaktion begonnen bzw. abgeschlossen haben, und unserer Lektorin Janett Pacher, die zum Ende viele Nachtschichten auf sich genommen hat, danken. Unser Dank für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Finalisierung des Projekts gilt auch Mathe Stutter-Egger und Katharina Ruhlers. Abschließend möchte ich Laura Egger-Kalegers und Stephanie Kitz-Bergers konzeptionelle und organisatorische Arbeit hervorheben und mich bei beiden für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Ich freue mich auf die kommenden Vorträge und Diskussionen, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und schicke Sie in eine zehnminütige Pause. Präsentation der Autorinnen Daniela Stöppel, Robin Rehm, Hamila Sivatz und Jenny Tischer wird diese Diskussion anschließend moderieren. Ich darf Ihnen Jenny Tischer vorstellen. Sie ist Künstlerin und arbeitet an der Universität für Angewandte Kunst im Bereich Kunst- und Wissentransfer mit Eva-Maria Stadler. In ihren skulpturalen Installationen und Zeichnungen rekonzipiert sie Gestaltungsprinzipien, Material- und Raumbezüge aus feministischer Perspektive. Jenny Tischers Arbeiten wurden zuletzt unter anderem in Einzelausstellungen in der Galerie Grobat in Wien gezeigt, im Kunstforum Balois in Basel, im Mummog-Museum moderner Kunst, sowie in zahlreichen Gruppenausstellungen. Sie erhielt das Schindler-Stipendium und wurde mit dem 15. Balois-Preis ausgezeichnet. In der Lehre befasst sie sich mit Konzepten von Carework und sozialer Reproduktion. Derzeit ist die von Stephanie Kitzberger und Jenny Tischer kuratierte Ausstellung Backyard Economy, die wir Ihnen sehr empfehlen, auch in Heiligenkreuzhof in der Salaterena in der Universitätsgalerie in der Angewandten zu sehen. Ja, ich wünsche eine spannende Diskussion mit den Autorinnen. Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung, Cosima. Dankeschön. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zum ersten Panel. Ich freue mich besonders heute, das erste Panel mit Daniela Stöppel, Robin Rehm und Hamida Siewatz anlässlich des Katalog-Lounges zur Arbeit von Friedel Dicke Brandeis moderieren zu dürfen. 2013 habe ich im Zuge der Vorbereitungen zu meiner Einzelausstellung PIN im Mumok zu der künstlerisch gestaltenden Arbeit Friedel Dicke Brandeis recherchiert. Zum damaligen Zeitpunkt stand mir keine umfassende Publikation, wie sie nun mit diesem Buch vorliegt, zur Verfügung. In der Lektüre der Texte finden sich nun zeitgemäße, präzise Analysen des komplexen, vielschichtigen Werkes Friedel Dicke Brandeis wieder. Wie sie das eine Medium aus und mit anderen Medien heraus gedacht und entwickelt hat, ganze Raumkonzepte aus diesem ganzheitlichen Denken hervorgegangen ist, sind, hat mich schon damals fasziniert. Was dadurch unweigerlich entstand, war eine Enthierarchisierung der oft in Abgrenzung zueinander definierten Bereiche, Architektur, Innendesign, Malerei, Textil, die ich in meiner Ausstellung aufgriff, in dem Sockel, Display, der Ausstellungsraum und die Objekte sich reziprok aufeinander bezogen und durchdrangen und durch bewegliche Elemente die Besucherinnen mit einbezogen wurden. Zu unter anderem der besonderen Bedeutung dynamischer Prozesse im Werk Friedel Dicke Brandeis darf ich nun die erste Rednerin begrüßen und vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Daniela Stöppel. Sie lehrt als akademische Oberrätin am Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 2008 wurde sie mit einer Arbeit über visuelle Zeichensysteme promoviert, die 2014 im Verlag Silke Schreiber unter dem Titel Visuelle Zeichensysteme der Avantgarden 1910 bis 1950 Verkehrszeichen, Farbleitsysteme, Piktogramme erschienen ist. Von 2019 bis 2021 war sie als Vertretung für die Professur für Kunstwissenschaft und Medienphilosophie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe tätig. Sie hat zu verschiedenen Themen der historischen Avantgarden, insbesondere Klapp- und Dreheffekten, publiziert und arbeitet derzeit über den Maler Gustave Courbet. Als Kuratorin verantwortete sie zuletzt die mit Studierenden der LMU konzipierte Ausstellung Otto Neurath, fünf Aktivierungen, die 2019 im Kunstraum München stattfand. Vielen Dank. Welche Rolle des Subjekts und der mit einherrnde Begriff des... Achso, Entschuldigung, jetzt bin ich zu weit gestolpert hier. Entschuldigung, vielen Dank. Jetzt übergebe ich an dich, bitte. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und auch vielen Dank für die Einladung, dass ich heute nochmal meine Gedanken, die ich mir im Zuge der letzten zwei Jahre auch zu Friedel Dicker-Brandeis gemacht habe, mit Ihnen teilen und im Anschluss auch diskutieren kann und möchte mich nochmal herzlich bei allen Organisatoren, KuratorInnen, HerausgeberInnen, also es ist ja eine ganze Armada von Leuten gewesen, die mit der Publikation und der Ausstellung beschäftigt waren, bedanken. Und ja, ich habe mich damals sehr gefreut, vor zwei Jahren, als ich angeschrieben wurde von Stephanie Kitzberger, einen Artikel über Friedel Dicker-Brandeis für den Katalog beizusteuern. Ich kannte ihre Arbeit damals eigentlich nur in dem Zusammenhang mit Franz Singer, also die Möbel- und Wohnungsgestaltung der 20er Jahre. Das hatte damit zu tun, dass ich mich eben mit Dreh- und Kipp-Effekten mal befasst hatte und hatte diese auf meiner Liste und habe auch sofort freudig zugesagt, um mich dann etwas in ihre Arbeit einzulesen. Es gibt ja auch schon einige Publikationen, die vor allen Dingen sehr biografisch ausgerichtet sind und habe dann gemerkt, es wird schwierig. Es ist keine ganz einfache Angelegenheit. Vor allen Dingen war ja die Aufgabenstellung, Friedel Dicker-Brandeis Werk im Kontext der internationalen Avantgarden zu verorten. Und die Gründe wurden gerade von Cosima Reiner auch schon genannt, warum Friedel Dickers Werk nicht so einfach zu fassen ist. Also das hat mit der Überlieferung zu tun, das hat mit den Kooperationen zu tun. Es hat aber auch mit einer gewissen Heterogenität innerhalb ihres Schaffens zu tun. Und ich hatte am Anfang den Eindruck, ja, da sind auch so verschiedene Dinge, die im internationalen Kontext präsent waren, sehr stark von ihr aufgegriffen worden, also zum Beispiel kubofuturistische Elemente oder dann auch das, was Itten gemacht hat. Später haben wir natürlich den Einfluss, in Anführungszeichen, der russischen, sowjetischen Künstler, also mit diesen Axonometrien. Und ganz zum Schluss wendete sich ja dann auch nochmal einer gegenständlichen Bildsprache wieder zu, also eine sehr heterogene Geschichte. Und wenn man dann sich überlegt, naja, man hat andererseits diese heroische Avantgarde, die wie so ein Monolith eigentlich da steht und auch mit diesen ganzen großen Namen verbunden ist, also Gandinsky, Mondrian, Picasso, Duchamp, Malevich natürlich auch, dann wird es schwierig, ihr innerhalb dieses Tableaus eine Position zuzuweisen, die eben nicht am Rand ist oder die sie eben nicht marginalisiert, ohne sie sozusagen, ohne ihrem Werk in einer bestimmten Form auch etwas überzustülpen. Und ich habe mich dann natürlich, ich meine den Text kennen Sie alle von Linda Nocklin, Why have there been no great women artists? Die Frage gestellt, naja, vielleicht war sie gar keine große Künstlerin und welche soziologischen und kulturellen Faktoren sind entscheidend dafür, dass sie das vielleicht gar nicht gemacht hat. Also dass sie an einer heroischen Moderne im Sinne, ja zum Beispiel einer Vorantreibung der Abstraktion, wie wir das von Malevich oder Mondrian kennen, dass sie so etwas vielleicht gar nicht betrieben hat und auch nicht betreiben wollte. Und hatte mich dann sozusagen entschieden, einen Text zu schreiben, der sehr nah an dem ist, was in ihren Werken ablesbar ist. Und er fragt, in welchen Erwartungs- und Bedeutungskontext sie diese Werke hineinproduziert hat. Und das hat natürlich auch mit dieser spezifischen Situation zu tun, in Wien als Jüdin und auch Frau, auch aus einer bestimmten sozialen Klasse, also bestimmte Dinge tun zu können und andere Dinge eben auch nicht tun zu können. Das war sozusagen dann meine Entscheidung und habe dann auch zugesagt. Und dann sind wir aber, und das war eigentlich, muss man sagen, hochprofessionell, alle Autoren sind versorgt worden, also von eben den Mitarbeiterinnen hier der Angewandten, A mit Literatur, B aber auch mit unveröffentlichtem Material, also sowohl die Bestände hier aus der Angewandten sind ja digitalisiert worden und auch uns zur Verfügung gestellt worden, sodass man doch nochmal einfach eine andere Materialgrundlage hatte, um sich mit dem Werk auseinanderzusetzen, als das die vorherigen Publikationen geboten haben. Und wir haben auch Einblick bekommen in den aktuellen Bearbeitungsstand der Briefkorrespondenz von Friedel Dicker-Brandeis, die wirklich sehr aufschlussreich ist und einen Einblick gewährt in ihr intellektuelles Denken und tatsächlich mir auch nochmal sehr geholfen hat, diese Spezifik, die eben ihre Produktionsbedingungen betroffen haben, genauer herauszuarbeiten. Denn Wien ist eben nicht New York oder London der 30er Jahre und Prag und Kronow sind auch nicht New York und London der 1940er Jahre, sondern Theresienstadt und Auschwitz schon gleich gar nicht. Ich habe dann tatsächlich auch in dieser Korrespondenz einen Satz gefunden, der mir erscheint oder der mir ein bisschen wie der Schlüssel zu ihrem Oeuvre erscheint, den ich hier auch kurz zitieren möchte. Und zwar heißt es da in einem Brief eben an besagte Hilde Kutny, wahrscheinlich so aus den 1940er Jahren oder aus dem Jahr 1940, das ist ja alles auch noch in der Bearbeitung. Und ich glaube, die Briefe kommen dann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr oder bald, wir hoffen wirklich bald, weil es ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil noch ihres Schaffens heraus. Und da heißt es eben, da äußert sie sich eben zu ihrem künstlerischen Anliegen und da meint sie eben, sie wolle, Zitat, einen Bewegungsablauf im Material ausdrücken von der Fläche bis zur Linie. Das klingt jetzt erstmal relativ einfach und auch jetzt nicht besonders avanciert irgendwie formuliert, lässt sich aber sehr gut an die zeitgenössische Kunsttheorie anschließen und zwar insbesondere an zwei Strömungen. Das eine ist der Wiener Kinetismus, also insbesondere Franz Zizek, der hier ja stark gewirkt hat mit seiner Formenlehre und auch seiner Jugendkunstklasse und von dem wir ja wissen, dass er engen Kontakt auch mit Friedricha Brandeis hatte und sie sich mit ihm stark auseinandergesetzt hat und auch Itten, der hier in München, äh, in Wien seine private Schule hatte, ist in diesem Kontext ja eine wichtige Figur. Das ist das erste und das zweite ist eben der sowjetische Kontext, wo eben ab den 20er Jahren kinetische Modelle in der Kunstpraxis, in der Gestaltung sehr intensiv diskutiert werden und vor allen Dingen auch unter politischen Gesichtspunkten, also Dynamik wird quasi fast schon gleichgesetzt mit einem kommenden Sozialismus. Zum Wiener Kinetismus ist ja auch inzwischen einiges publiziert und auch er stellt im Grunde eine Erweiterung dieser monolithisch gedachten Avantgarde dar und hilft vielleicht auch, ja, diesen Kanon tatsächlich auch ein bisschen neu zu denken oder umzuschreiben. Zeitgenössisch ist wenig dazu publiziert worden und ich zitiere hier jetzt eben mal aus dieser Publikation von Leopold Wolfgang Rochowanski, die ja auch in der Ausstellung aufliegt mit einem ganz spektakulären Cover, da heißt es, nichts wurde übersehen in dieser neuen Gestaltungspraxis, Zitat, Tapete, Plakat, Bucheinband, Architektur und Theater, Spitze, Stickerei, Keramik, sie alle wurden erneuert durch den Gewinn rhythmischer Kräfte. Also man hat versucht, Prinzipien aus eher den Zeitkünsten wie Tanz und Musik auf alle Bereiche der bildenden Kunst zu übertragen und das ist sicherlich etwas, was für in Friedel Dickers Werk wiederfinden. Der russisch-sowjetische Diskurs, der vermittelt sich Friedel Dicker vor allen Dingen über ungarische Künstler, über die Zeitschrift Mahr, von der wir auch wissen, dass sie sie gelesen hat und da gibt es also verschiedene Namen wie Farkas Molner oder Lajos Kassak, die in einer Ausgabe von Mahr unter anderem auch mit Lisitzky über neue Theaterkunst in Russland schreiben und eben auch diesen neuen Bewegungsbegriff, der eben von der Bühne her erstmal gedacht wird, thematisieren und als eine transformatorische Kraft für eben diese neue sowjetische Gesellschaft einführen. Ich lese jetzt aus einem anderen Text ein kurzes Zitat vor von einem weiteren Ungarn, Alfred Kemeny aus der Sturm, also es ist eigentlich eine expressionistisch geprägte Zeitschrift, was auch interessant ist, damit Sie das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können. Zitat Stärkste Spannungen des physischen Raum mittels im realen Raume physisch sich bewegender kinetischer Kraftsysteme wäre die weitere Entwicklung der bildenden Kunst. Bewegung als die Urfunktion des Kosmos und des Menschen übertragen auch auf die menschliche Gestaltung. Der in der Betrachtung der Kunstwerke bisher vor allem rezeptive Mensch soll in allen seinen Potenzen gesteigert selbst zum aktiven Faktor der Gestaltung werden. Die kinetische Energie in reale Bewegung umgewandelte potenzielle Energie des früheren physisch bewegungslosen Kunstwerkes wird hier in der unmittelbarsten Übertragung der Bewegung den Menschen zu der stärksten Entfaltung seiner schöpferischen Kraft zwingen. Und wie gesagt, insbesondere die Möbelentwürfe von Franz Singer und Friedel Dicker stehen ja in dieser Vorstellung und ich habe mittlerweile eigentlich auch die Vermutung, dass Sie zusammen mit Itten das möglicherweise auch ans Bauhaus mitgebracht haben sogar und Sie es nicht erst am Bauhaus mitbekommen haben, diesen Diskurs. Das wäre aber noch zu überprüfen. Dieses dynamische Prinzip durchzieht eigentlich, würde ich behaupten, Friedel Dickers Werk, also von Anfang bis Ende, also sogar von den frühen Zeichnungen bis hin zu diesen späten Landschaften und vor allen Dingen auch den Bereich des Textilen. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist ein Diskurs, der wird im Grunde nur angewandt auf die architektonische Gestaltung und auf die Möbelgestaltung, aber nicht auf textile Künste übertragen. Und da ist sozusagen so eine Art Theorie-Gap, weshalb man vielleicht sich auch mit der Textilkunst von Friedel Dicker Brandeis eher weniger beschäftigt hat. Man sieht das aber auch sehr schön in der Ausstellung, gerade in den axonometrischen Darstellungen, dass die Raumgestaltung, also die architektonische Grundstruktur quasi nahtlos übergeht, sozusagen vom Makro in den mikroräumlichen Bereich. Also jeder Faden, jede einzelne Webstruktur im Grunde auch der verwendeten Textilien in den Zeichnungen sogar schon deutlich wird. Das heißt, diese Durchdringung des Raumes und das hat bei Friedel Dicker viel mit Zusammenziehung und Ausdehnung von Raum zu tun, findet sich eben nicht nur in diesen Schubladen und Klappbetten und ausziehbaren Möbeln und stapelbaren Tischen und Stühlen, sondern eben auch in diesen Textilien, die eben durch diese Verschlingungen, Verkettungen auch eine sehr komplexe raumzeitliche Struktur haben, was manchmal übersehen wird. Das ist das eine und das andere ist, dass sie auch diesen Dynamisierungsprozess auf ihre kunstpädagogische Arbeit überträgt. Also sie spricht später in den Briefen eben auch davon, dass die Schüler elastisch bleiben müssen oder dass sie durch diesen Prozess eine gewisse Elastizität gewinnen würden, die sie auch bei den Lehrern voraussetzt, die mit einer Elastizität ihren Unterricht gestalten müssten. Das heißt, das Ganze ist eher als ein reziprokes Miteinander zu denken, vielleicht wie so ein Pulsieren, wo sozusagen Lehrer und Schüler miteinander im Raum dynamisch agieren. Das schlägt den Bogen zurück letztendlich bis hin zu ihrer Zeit in der Jugendbewegung. Also sie war jugendbewegt, wo man eben auch diesen Begriff der Bewegung schon im Terminus der Jugendbewegung hat. Dass man das tatsächlich irgendwie fast wie so eine soziale Plastik vielleicht auch unter diesem Begriff subsumieren kann. Der zweite Aspekt, ich sehe hier leider keine Uhr, bin ich schon drüber, wäre der genderstereotypisch nur der ihrer Rolle als Frau, der in dem Zitat eben auch anklingt. Ich mache das kurz. Der zweite Teilsatz lautet ja von der Fläche bis zur Linie. Und damit kehrt sie eigentlich ein Prinzip um, das seit der Antike und über die frühe Neuzeit auch in der Moderne sehr virulent ist, nämlich die Dominanz eigentlich der Linie über die Fläche. Also genau umgekehrt, die Linie als ein männlich konnoziertes Prinzip einer geistig-konzeptuellen Kraft, die quasi durch die Fläche, die Materie, das Stofffläche, die Farbmaterie erst sekundär gefüllt wird. Wenn sie eben schreibt, nicht von der Linie zur Fläche oder wie Kandinsky schreibt, von Punkt Linie zur Fläche oder wie Klee ja auch vom Punkt zum Raum argumentiert, sondern es umkehrt, von der Fläche zur Linie denkt, könnte man darin durchaus auch eine gewisse Umkehrung dieses Prinzips sehen. Damit steht sie aber eigentlich ganz auch im Einklang mit den kunsttheoretischen Überlegungen ihrer männlichen Kollegen. Also ich habe in meinem Text jetzt Karl Schäffler von 1906 die Frau und die Kunst zitiert. Ihr Werk taucht aber ja auch mit der Abbildung auf in dem Band von Hans Hildebrandt. Die Frau als Künstlerin und wenn wir diese Texte heute lesen, dann ist das für uns eher problematisch, weil dort von einer klaren Frauen und einer klaren Männerkunst eigentlich ausgegangen wird. Wir haben es aber, würde ich sagen, in der gesamten Moderne mit einer gewissen Feminisierung zu tun, die einhergeht mit anderen Naturalisierungsphänomenen. Man schreibt also den Frauen eine größere Natürlichkeit, eine größere Ganzheitlichkeit, ein tieferes emotionales Gespür zu. Also Karl Schäffler drückt das so aus, Frauen könnten sich nicht partikular machen, sie würden sich sozusagen nicht so beschränken können wie Männer auf eine einzelne Problemstellung, sondern sie denken immer ganzheitlich. Deswegen wäre zum Beispiel auch der Tanz für sie besonders geeignet, weil sie da diesen Zusammenhang zur Welt noch in einem ganzheitlichen Sinne hätten. Aber das finden wir natürlich eigentlich heute problematisch. Ich würde aber eben behaupten, weil das ist auch etwas für die Diskussion, dass sich die Künstlerinnen dieser Generation, und da sprechen wir nicht nur von Friedel Dicker-Brandeis, sondern zum Beispiel auch von Leuten wie Gabriele Münter, dass sie sich in solchen Konzepten eigentlich sehr gut wiedergefunden haben und das vielleicht auch dazu geführt hat, dass sie eben eine doch eher heterogene Kunstproduktion letztlich vorzuweisen haben und nicht diese Verengung betrieben haben, wie zum Beispiel Kandinsky, der dann da sich die Abstraktion vorantreibt, oder eben Mondrian Malevich. Das ist eine meiner Thesen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange überzogen und freue mich auf die Diskussion. Vielen herzlichen Dank, Daniela Stöpfe. Welche Rolle der Wandel des Subjekts und der damit einhergehende Begriff des Empfindungskomplexes auf die Gestaltung auswirkte, untersucht Robin Rehm in seinem Text. Ich möchte Sie herzlich begrüßen und kurz vorstellen. Robin Rehm studierte von 1992 bis 1997 an der FU Berlin und promovierte 2001. Von 2000 bis 2001 war ich Stipendiat am Centre Allemand d'Histoire in Paris, von 2001 bis 2005 Assistent bei Stanislaus von Moos am Kunsthistorischen Institut und erhielt von 2005 bis 2009 ein Stipendium des Nachwuchsförderungskredits der Universität Zürich. Von 2009 bis 2012 war Robin Rehm wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Denkmalpflege und Bauforschung der ETH Zürich. 2012 habilitierte er sich an der Philosophischen Fakultät der Universität Basel bei Gottfried Böhm. Von 2013 bis 2020 war er in Lehre und Forschung am Institut für Kunstgeschichte der Universität Regensburg tätig und ist seit 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDB der ETH Zürich am Lehrstuhl von Silke Langenberg. Ich übergebe das Wort. Also vielen Dank Jenny für die Einführung, für die Vorstellung und auch vielen Dank allen Beteiligten sowohl am Ausstellungsprojekt auch als am Buchprojekt. Es war eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Immer wieder kam noch eine neue Anmerkung und es war einfach wunderbar. Also herzlichen Dank für alles und ich habe sehr viel gelernt, auch was das Differenzieren noch einmal bei einer Künstlerin wie Friedel Digger Brandeis, was das bedeutet. Was ich jetzt vorstelle, ist eigentlich nur ein Holzschnitt, wenn überhaupt, also des Textes zu Friedel Digger Brandeis und der Fragestellung, die ich versucht habe zu entwickeln. Lassen Sie mich vielleicht kurz auch auf einzelne Punkte eingehen. Wir haben uns ein bisschen orientiert an den Stichworten künstlerische Strategien, Kontext, Netzwerke, Modernismus oder eben Moderne und daran werde ich ganz kurz einzelne Punkte herausgreifen. Was mich besonders interessiert hat und das ist eigentlich auch mein Ausgangspunkt meiner Arbeit, mein Beitrag zu dem Buch, ist diese Arbeit von Friedel Digger Brandeis. Wir sehen einen perspektivisch angelegten Raum von den Ecken, wenn man mal vom unteren Abschnitt absieht, fluchten Linien zentral jeweils sich schneidend, imaginär hinter dieser roten Fläche. Das kann man sich denken. Davor ein Mann nach oben an die Decke blickend, es gibt dort eine Öffnung, man könnte von einem Atrium sogar auch bei diesem Raum sprechen und daneben ein roter Stuhl, sicher ein Tunitzstuhl oder zumindest ein Bugholzstuhl, kann ja auch Kohn sein. Was hat es mit dieser Arbeit auf sich? Also ich persönlich habe ein bisschen weiter geblickt und ähnliche Strukturen, Aufbauten, in formale Vergleichbarkeiten gesehen, gefunden. Mich interessiert jetzt weniger die Figur jetzt hier der Studie zu Anna Selbtritt als der Raum, in dem die Figur sich befindet, nämlich wieder ein offenbar perspektivisch angelegter Raum, jetzt aber nicht kubisch, ich meine jetzt würfelförmig angelegt, sondern leicht über Eck, aber wir haben ganz klar wieder eine Raumbildung und darauf kommt es mir jetzt eigentlich an, eine Raumbildung also. Das erste Blatt, also der Mann im Zimmer und die geometrische Figur, das ist das, was mich interessiert hat bei der Arbeit und wenn ich jetzt auf etwas, was Ihnen allen sehr wohl zu Mal in Wien bekannt ist, verweise, dann habe ich versucht, eben dort eine Beziehung herzustellen zu dem, was sich hier auf der Buchseite findet. Also die Seite stammt klar aus Ernst Bachs Beiträge zur Analyse der Empfindung von 1886, ein Buch, das in der zweiten Auflage dann um 1900 erschien und dann zwischen 1910 und 19, nein, 1900 und 1930 sehr viele Auflagen erhielt. Ich habe jetzt die genaue Zahl gerade gar nicht parat, aber es sind über zehn Auflagen. Dann auch übersetzt, ganz wichtig, ins Russische, ins Englische, Französische, in Spanische und Italienische. Man kann von einem extrem erfolgreichen Buch sprechen und die intellektuellen Kreise, zumal in Wien sowieso, haben sich damit auseinandergesetzt. Wir müssten jetzt ein bisschen uns näher diese Figur anschauen, die mich sehr interessiert und Ernst Mach hat hierzu zu diesem Perspektivbild, das er nicht erfunden hat, das bereits schon sehr, sehr lange Zeit bekannt war, also 50 Jahre ungefähr, hat sich hier geäußert und da möchte ich ganz kurz darauf eingehen und ich muss jetzt mal schauen. Er unterscheidet dieses Perspektivbild und darauf kommt es jetzt an. Meine Arbeit beruht nicht darauf, Ähnlichkeiten oder Vergleichbarkeiten zu finden, sondern eher die Unterschiede, die Abgrenzungen und damit wären wir bei der künstlerischen Strategie. Für Ernst Mach basiert das, was sich hier zeigt, nämlich die Raumbildung, nicht auf Erinnerung, schreibt er, das ist gesperrt gedruckt, ich hoffe, Sie können es lesen, und es beruht auch nicht auf Überlegung, also auf Reflexion. Das sind die beiden Größen, unter denen man in der Tradition und in der Moderne gemeinhin den Raum bezieht, also die Erinnerung in der Tradition und die Überlegung, das heißt die Reflexion in der Moderne. Mach bricht damit, er bezieht die Raumbildung auf ein Prinzip, das er ökonomisch nennt und führt damit eine Raumbildung auf, also eine Ökonomie zurück, die körperlich bedingt ist und auf die Empfindungen, auf den Empfindungen rekurriert. Das ist ziemlich entscheidend. Damit wird ein Denken des Raumes revolutioniert. Mein Eindruck ist, dass das Friedrich Dicker sehr interessiert hat. Wenn man jetzt diesen beiden, diese beiden, das Diagramm einmal von Ernst Mach und das Bild von Friedrich Dicker Brand einander gegenüberstellt. Es gibt einige Parallelen, zu denen ich gleich noch komme, was es künstlerisch heißt. Aber zunächst, um zu verstehen, was es künstlerisch heißt, ist es für mich zumindest immer sehr aufschlussreich zu schauen, was passiert hier. Also, Diagramm. Das wäre also ein Diagramm, ein Schema könnte man auch sagen. Es geht hier künstlerisch gedacht um das, was in der Tradition und zum Teil auch noch in der Moderne aber verändert, eine Rolle spielt bei der Bildentstehung. Nämlich, mit dem Schema, wenn man es künstlerisch umverwandelt, aufgreift, verändert, erfolgt eine Verdrängung dessen, was vormals konstituierend für Kunst war, nämlich Schatten, Umriss, Linie, Kontur. Das Diagramm wäre jetzt die These, also wird zu einer Repräsentation zur Produktion von Raum und zwar im Kontext von Empfindung. Das wäre so eine Formulierung im Zusammenhang mit Ernst Mach gedacht. Also, die geometrische Figur fungiert als Schema zur Raumwahrnehmung und im Sinne Machs, ohne Reflexion, ohne Erinnerung und zwar dann eben auf dem Wahrscheinlichkeits- und Sparsamkeitsprinzip. Und wir wissen von Franz Singer, dass er die Ökonomie tatsächlich für die Entstehung seiner Räume, das heißt auch von Friedrich Digger-Brandeis, als konstitutiv auffasst. Also hier haben wir eine unmittelbare Zusammenkunft des Begriffs der Ökonomie mit Ernst Mach. Ernst Mach aber selbst benutzt das Bild in seiner Publikation zweimal. Und er konfrontiert dieses Bild, wie er es verwendet, nämlich einmal als eine Einzelfigur mit einer ziemlich entscheidenden Entwicklung des 19. Jahrhunderts zur Herleitung des Sehens. Sie kennen es, Charles Wheatstones Stereoskop. Man hat ganz am Anfang, und das ist tatsächlich aus der Praxis Wheatstones so zu sehen, er hat dieses Perspektivbild ins Stereoskop eingebaut, leicht verschoben, das Quadrat in der Mitte und dadurch entsteht das räumliche Sehen. Bienokularität ist dort das Stichwort und das ist 1836 von ihm entsprechend publiziert, gemeinsam auch mit seiner Erfindung des Stereoskops. Jetzt etwas für Ernst Mach und das war damals durchaus auch in Diskussion, auch in Künstlerkreisen unbedingt. Ewald Hering opponiert gegen das zweieugige Sehen. Er sagt, dass es das zweieugige Sehen nicht verantwortlich ist für das räumliche Sehen. Er führt dies zurück auf eine vorgebuchtigliche Konstitution, das wäre der Standpunkt des Nativismus und er hat dies niedergeschrieben in den Büchern, es sind vier Bände, 1861 bis 1864. Dagegen wiederum opponiert, und dieses Wechselspiel ist ziemlich wichtig, denke ich, um zu verstehen, welche strategische Rolle so ein Bild spielt, und das ist kein unwichtiges Bild dieser Zeit, dieses Jahrhunderts. Dagegen opponiert beispielsweise Helmholtz. Er sagt, im Gegensatz zu Ewald Hering, wir können das Sehen nicht zurückführen auf die Empfindung, sondern wir müssen die Erfahrung stark machen. Theodor Lipps und Wilhelm Wundt kommen beide von Helmholtz, entwickeln aber wieder eigene Standpunkte. Theodor Lipps, die Einfüllungstheorie, nicht unwichtig, weil er sich explizit gegen Ernst Mach wendet. 1901 und dann die Einfüllung zurückführt sehr wohl auf das Ich, während Ernst Mach bekanntermaßen darauf verzichtet, die Definition des Ich, also einen Einheitskern im Subjekt, zu konstatieren. Wilhelm Wundt lasse ich jetzt kurz zur Seite. Wir kommen jetzt zu den künstlerischen Netzwerken und zu dem künstlerischen Kontext. Wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur locker nebeneinander gestellte Diskursebenen, die wir nach und nach miteinander verbinden. Jetzt aber die künstlerischen Fragen. Es ist bekannt, dass Kasimir Malevich wahrnehmungspsychologische Publikationen sich angesehen hat. Das ist auch in der Zeit nichts Besonderes. Von Paul Klee weiß man das auch. Farbenlehren waren ohnehin gehörten zur Lektüre der Malerei, ganz klar. Malevich hat die Bühnenbilder entwickelt, für das sehr bekannte Stück, die Oper, der Sieg über die Sonne 1913 in St. Petersburg. Und als Grundlage seiner Bühnenbilder nahm er tatsächlich Ernst Machs Quadrat aus dieser Publikation, die 1905 ins Russische übersetzt wurde. Ich brauche jetzt nur ganz kurz auf das schwarze Quadrat zu verweisen. Ich gehe gleich weiter. Wir müssen uns hier nicht aufhalten, obwohl es interessante Implikationen gibt. Das Schwarz ist hier die Empfindung und das Weiß, umgekehrt, das Weiß ist die Empfindung und das Schwarz, das Nichts. Nein, es ist wieder umgekehrt, entschuldigen Sie. Ja, man wird manchmal dann auch ein bisschen durcheinander. Also, das Schwarz ist die Empfindung, es ist wichtig, und das Weiß ist das Nichts. Das Nichts vor der Empfindung. Okay, jetzt Paul Klee, ein weiterer Protagonist, Künstler dieser Zeit, selbstverständlich, der sich auch mit Ernst Mach auseinandergesetzt hat. Das geht aus seinen Tagebüchern ganz klar hervor. Marianne Teuber hat dazu auch schon 1979 publiziert, einen sehr lesenswerten Aufsatz, wo sie das sehr genau jetzt auch darlegt. Ich habe jetzt nur zwei Beispiele. Einmal das Gelbe Haus, ein Aquarell. Man sieht angedeutet bei Klee durchaus diese Fluchtlinien, die wir von dem Quadrat kennen. Im Hintergrund dann das Gelbe Haus, und das ist sehr, sehr sinnreich von Klee, sehr vielschichtig auch gedacht. Man blickt in das, man hat hier ein Aquarell, das auf Empfindung rekurriert. In der Tiefe erscheint ein gelbes Haus. Das Gelbe Haus war damals konnotiert mit dem Haus in Arl von Vincent van Gogh. Das hieß das Gelbe Haus. Das Gelbe Haus ist aber auch gleichzeitig ein Sonnenhaus. Es ist die Sonne, platonisch gedacht, also Wahrheit, war gut und schön und damit auch verantwortlich überhaupt für das Sehen, schlechthin. Die Sonne also als der Grund des Sehens. Die, was wir dann sehen, ist ein Haus. Das ist antik gedacht, traditionell gedacht und von Klee hier sehr pointiert inszeniert, aber eben nicht nur als Form, sondern auch im Sinne eines Entstehenden. Da können wir vielleicht noch sprechen nachher. Und jetzt daneben an eine Zeichnung, ein Bildnis von 1919 im Hintergrund, den Kopf rahmend. Ich würde sagen, wieder also das Marsche Schema und davor am Tisch. Auch kein Zufall meiner Ansicht nach, die gefaltete Visitenkarte von Ernst Bach in Wien, 1910 sehr bekannt. Paul Klee, und jetzt komme ich zu dem Punkt der Modernität, den letzten Punkt. Paul Klee schreibt 1905 in seinem Tagebuch. Scherzaufgabe. Stell dich selbst dar, ohne Spiegel und ohne Rückschlüsse von der Art des Spiegels. Genau wie du dich siehst, also ohne den Kopf, wenn du nicht siehst. Man kann das jetzt hier miteinander in Beziehung setzen, mit diesem Bildnis, das wir schon eben gesehen haben. Ich gehe jetzt aber gleich weiter in Erinnerung mit diesem Tagebucheintrag. Nämlich zu Ernst Machs sehr bekannten Bild der Figur 1 aus der Analyse der Empfindungen. Es ist das, was Klee beschreibt, entspricht ziemlich genau diesem Bild hier. Und Ernst Mach selbst schreibt dazu, Aufgabe, die Selbstanschauung, ich auszuführen. Auflösung, nicht Lösung, sondern Auflösung, das ist hier wichtig, man führe sie ohne weiteres aus, um nun dieses philosophische viel Lärm um nichts, also das Nichts taucht dir wieder auf, das mit dem Ich verbunden ist, scherzhaft zu illustrieren und zugleich zu zeigen, wie man wirklich die Selbstanschauung, ich ausführt, entwarf ich obige Zeichnung, die hier rechts steht. Also eine Problematik, die sich um die Empfindung, um die Definition oder die Konstituierung des Ichs im Subjekt dreht und Mach tritt für. Und das ist der Punkt, wofür sich sehr wahrscheinlich Friedrich Dicker interessiert hat und auch, das war zur Diskussion, inwiefern, da stand zur Diskussion, inwiefern ist das Ich, wenn wir Kunst auf Empfindung zurückbinden, inwiefern ist das Ich überhaupt dort noch haltbar, das Ich als Einheit. Und diese Einheitsfrage ist jetzt wahrscheinlich ein wichtiger Punkt für die Moderne. Ich bin jetzt gleich am Ende, das ist die letzte Folie. Also es geht um die Auflösung, also bei Mach geht es um die Auflösung, er schreibt das so, des in der Physik als Gedankensymbol geltenden Körpers zugunsten der Empfindung. Das ist aber Physik, das hat mit Kunst nichts zu tun. Die Anbindung der Kunst an die Wissenschaft erfolgt, ist kompliziert, aber das ist kein kontinuierlicher Übergang. Aber Friedrich Dicker schreibt an Hilde Cotny 1940, frei werden von dem Zwang, die Empfindung oder den Empfindungskomplex. Das ist ganz klar ein Machscherbegriff, der taucht nicht bei Wund auf, nicht bei Lipps, auch nicht bei Helmholtz. Hinter dem, hinter einem Symbol verstecken zu müssen. Also frei werden von dem Zugang, die Empfindung oder den Empfindungskomplex hinter dem Symbol, das heißt also einem einheitlichen Gedanken, einer einheitlichen Vorstellung verstecken zu müssen. Das heißt, das Symbol, das Einheitliche existiert nicht mehr, im Vordergrund steht die Empfindung und dies heißt aber ein Freiwerden. Ja, und dies ist künstlerisch konzeptuell mit einer Verabschiedung des Einheitsgedankens wahrscheinlich verbunden. Gut. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Robert Riem. Nein, das ist alles wunderbar. Wie sich das gewählte Material und die spezifischen Techniken der Arbeiten Friedel Dicker-Brandeis in einen kunsthistorischen, gleichfalls aber auch gesellschaftlichen Kontext einschreiben, analysiert Hamida Siewatz akkurat in den großartigen Werkbeschreibungen in der Publikation. Ich möchte Sie herzlich begrüßen und kurz vorstellen. Hamida Siewatz studierte Architektur an der Technischen Universität Wien sowie Kunstgeschichte an der Universität Wien. Seit Ende 2020 ist sie Predoc, Universitätsassistentin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien dort lehrt und promoviert sie zu den Anfängern der feministischen Sprachkritik in der bildenden Kunst. Zuvor forschte sie zu diesem Thema bereits im Rahmen des Projekts Rome Contemporary an der Bibliotheca Herciana in Rom. Ihre Forschungsinteressen umfassen feministische Kunst der 1970er Jahre, Sprachkritik in Literatur und Sprachphilosophie, Schriftbildlichkeit sowie Theorien der Materialität. Und nun übergebe ich. Danke. Und danke auch für die Einladung, hier zu sprechen. Ich habe, anders als die zwei Autorinnen vor mir, kein Essay beigetragen zu diesem wundervollen Band, sondern einige Werktexte. Und zwar elf oder zwölf, ich weiß es gar nicht mehr, Werktexte. Und ich habe mich in diesen Texten mit auch Werkgruppen von Friedel Dick auseinandergesetzt. Und das bedeutet, dass ich mit einem sehr breiten Spektrum an verschieden gearteten und verschieden geformten, vor allem vielgestaltigen Arbeiten konfrontiert war. Und dementsprechend möchte ich mich so ein bisschen mal wieder, und ich bleibe dem Thema des Panels treu, dieser Heterogenität in Dickers Werk im Kontext der klassischen Moderne widmen. Aber heute würde ich gerne zwei Arbeiten von Friedel Dicker-Brandeis zum Anlass nehmen, um ein Gespräch über den Platz ihrer Formensprache innerhalb der ästhetischen Paradigmen der klassischen Moderne anzustoßen. Obwohl die Werke nicht in der Sammlung der Angewandten vertreten sind, ihr Verbleib ist ungewiss, erscheinen sie als geeigneter Ausgangspunkt für eine solche Diskussion. Denn sie sind im allerersten Bauhauskatalog in der Kategorie Freie malerische und plastische Arbeiten der Meister, Gesellen und Lehrlinge abgedruckt. Der Katalog erschien begleitend zur ersten Bauhausausstellung 1923. Dicker ist darin mit gleich zwei Abbildungen vertreten, mit einem Aquarell und einer aquarellierten Zeichnung, wie wir hier sehen. Mit diesen hat sich Dicker beziehungsweise wurde Dicker innerhalb des Bauhausgefüges also repräsentiert. Sonderbarerweise fehlt in der bauhausbezogenen Dicker-Rezeption, wie wir heute auch schon ein paar Mal gehört haben, die übrigens häufigste Perspektive auf ihr Werk. Es fehlt eine Besprechung dieser Aquarelle, fast gänzlich. Sie werden hier und da am Rande erwähnt. Widmen wir uns also knapp den Umständen dieser damals als repräsentativ erachteten Arbeiten Dickers. Aus Zeitgründen kann auch leider ich mich nicht diesen Aquarellen im Detail widmen. Das Bauhaus, wo sie entstanden sind, hat sich bekanntlich nicht als eine Traditionsinstitution verstanden, sondern als eine, die neue Formen fordern wollte. Der erste Bauhauskatalog verpflichtet sich demgemäß einer Vorführung der avantgardistischen Form, Material und Medienvielfalt der Lernden und Lehrlinge. So dienen die Aquarelle im Kontext des Katalogs zunächst dazu, sich dezidiert von den anderen Werken, die darin gezeigt sind, zu unterscheiden. Hinsichtlich dieser übergeordneten Konzeption darf nicht außer Acht gelassen werden, oh, Entschuldigung, ich bin ganz klein, dass es ist unklar, inwiefern es einer Bauhausschülerin und zeitweise Lehrassistentin Zustand selbst auszuwählen, welche Arbeiten hier in diesem Katalog von ihr gezeigt werden. Außerdem wurden Dickers Arbeiten just in jenem Jahr gedruckt, 1923, als sie das Bauhaus verließ. Im Kontext der Moderne hat sich das traditionell für Blumen- und Landschaftsmotive reservierte Aquarell längst im technischen Vokabular der Avantgarden eingenistet. Wir denken an die Aquarelle der frühen 1910er Jahre, etwa von Gabriele Münter, August Macke oder Wassily Kandinsky. Abgesehen von der Technik aber stellt sich die Frage, ob auch stilistisch konkret über diese Bilder gesprochen werden kann. Viele kunsthistorischen Texte und auch Rednerinnen heute haben bereits auf die Schwierigkeit einer endgültigen Einordnung von Dickers Schaffen aufmerksam gemacht. Denn die Künstlerin verkehrte in vielen Feldern und Szenen. Doch könnte womöglich zumindest ein für Dicker persönlicher ästhetischer Kontext der Arbeiten spezifiziert werden? Auch hier tun sich Probleme auf. Denn wenn wir die undatierten Aquarelle mit Arbeiten aus dem Sammlungskorpus der Angewandten ganz grob vergleichen, fällt auf, dass ihre partikuläre Erscheinungsform und kindliche Ästhetik einmal mehr aus einem ohnehin sehr heterogenen Bild des Gesamtwerkstickers herausfällt. Dennoch, obwohl es schwierig ist, eine handfeste Formverwandtschaft auszumachen, lassen sich auf ästhetischer Ebene ein paar sehr lose Querverbindungen herstellen. Und zwar zu solchen Arbeiten, die ebenso aus ihrer Bauhauszeit stammen. Anhand der zerfransten, grafisch-linearen Strichführung oder der Bäume und einiger kleiner Figuren können etwa Parallelen zu zwei Einladungen für Bauhausabende gezogen werden. Bei den gezeigten Einladungen handelt es sich, genauso wie bei den zwei Aquarellen, um offizielle Aufträge, die von Seiten des Bauhauses an Dika herangetragen wurden. Unter den vielen Formen also, die Dika während ihrer Bauhauszeit hervorgebracht hat, ist es eben diese Formensprache, die schwer kategorisierbar ist und auch schwer fassbar mit Worten, vielleicht unternimmt das ja in Zukunft jemand, die zweimal, also es ist diese Formensprache, die zweimal von Seiten der Bauhausleitenden für öffentliche Repräsentationszwecke angefragt wurde beziehungsweise, wir wissen es nicht, die die Künstlerin selbst dafür gewählt hat. Dieser bloß grob umrissene Stil verflüchtigt sich jedoch bald gänzlich aus Dikers Schaffen nach ihrem Weggang vom Bauhaus. Anknüpfend an diese Gedanken, zu diesen spezifischen Werken, möchte ich an dieser Stelle wagen, eine allgemeinere Frage zur fragmentierten Ästhetik Dikers in ihrem Gesamtwerk zu stellen. Denn die kurz besprochenen, formal einander ähnelnden, öffentlichen Zuschaustellungen ihres Schaffens legen nahe, dass Dikers zumindest für eine gewisse Schaffensperiode eine eigene Formensprache zu prägen suchte. Nach einer eben solchen Formensprache möchte ich fragen. Denn der Drang zur Neuerung und Entwicklung eines persönlichen Formenvokabulars mit Wiedererkennungswert stellte nicht zuletzt ein vorngebendes Paradigma der Avantgarde dar, wie wir alle gut wissen. Dies gilt insbesondere für Dikers künstlerisches Umfeld. Franz Ciszek, einer ihrer Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Wien, hat bekanntlich den persönlichen Ausdruck im künstlerischen Schaffen gefördert. Johannes Itten, zunächst ihr Wiener, dann ihr Weimarer Lehrer, verstand die Entwicklung einer subjektiven Form als die Kulmination des von ihm gelehrten Kunststudiums. Und wiederum ein anderer Lehrer, Paul Klee, den Dikker selbst als starken Einfluss bezeichnete, weist eine der prägnantesten Formensprachen der Avantgarde überhaupt auf. Wie ist nun Dikkers Werk unter diesem Gesichtspunkt der subjektiven Form, wie sie Itten nennt, zu betrachten? Eine Antwort scheint evident, und sie wurde ein paar Mal schon genannt. Diese ihr durch Bildung und zeitgenössische Kunst vermittelte ästhetische Maxime der Entwicklung einer subjektiven, kohärenten Formensprache steht im starken Kontrast zur tatsächlichen Vielgestaltigkeit der erhaltenen Arbeiten. Die allesamt in der Ausstellung zu sehen sind. Falls Sie das noch nicht gemacht haben, bitte bald tun. Bis 10. Dezember, oder? Ist die Ausstellung noch zu sehen. Auch aufgrund dieses Kontrasts zu anderen Avantgarden wurde die stilistische und mediale Vielfalt dementsprechend oft als auszeichnendes Charakteristikum und Stärke von Dikkers Kunst betont. Zwar geben sich bestimmte Formen und Macharten durchaus als wiederkehrend zu erkennen, etwa die ihr charakteristische Manier mit Kontrasten, Flächen und Farben umzugehen, oder ihr Verfahren des pikturalen Ineinanderwebens von Formen, das der Arbeit mit Textilien nahesteht, oder etwa die wiederholt in ihren Bildern auftauchenden marionettenhaften Figuren. Insgesamt erscheint Dikkers Werk jedoch eher von einer kräftigen ästhetischen Vielfalt geprägt zu sein. Eine andere Antwort auf die Frage nach fehlender formaler Kohärenz in Dikkers Werk könnte hervorheben, dass der Eindruck der Heterogenität aus dem fragmentiert erhaltenen Bestand entsteht. Schließlich könnte sich der Blick auf ihr Werk mit der potenziellen Entdeckung weiterer Arbeiten schlagartig ändern. Nicht zuletzt erschweren auch eventuelle Zuschreibungsfragen die Charakterisierung einer subjektiven Formensprache. Diesbezüglich muss betont werden, dass sich Dikker fortwährend für kollektivkünstlerische Arbeit stark gemacht hat. Das gilt sowohl für ihr eigenes Schaffen als auch für ihre Kunstpädagogik. Wiederum eine andere Antwort wird Dikkers Formenvielfalt der Tatsache zuschreiben, dass die Künstlerin keine starke Trennung zwischen bildender und angewandter Kunst machte, wie wir heute schon gehört haben. So handelt es sich bei vielen erhaltenen Blättern um Vorstudien für Theater, Skulptur, Textil oder Architektur. Das Werk dieser Künstlerin unterwandert abermals mediale und verfahrenstechnische Kategorien und birgt auch dadurch das Potenzial, die Avantgarde aus einer ungeahnten Perspektive neu zu vermessen. Diesbezüglich ist stellenweise in der Literatur die berechtigte Frage zu finden, ob die Heterogenität von Dikkers Gestaltungen nicht auch als ein subvasiver Einwand gegen ein zu stark vereinheitlichendes Stilparadigma der Avantgarde zu lesen ist. Als bewusste Gegenwehr kontra Konformität. Tatsächlich trägt Dikker eine solche 1943 explizit zur Schau, wenn sie sich in einem Vortrag in Theresienstadt gegen das Fertigprodukt, gegen abgestempelte ästhetische Vorstellungen und für die konventionsfreie Kunst der Kinder ausspricht. Hier spricht die mittlerweile erfahrene Kunstpädagogin Friedel Dikker Brandeis, aber wie verhält es sich mit der vorangegangenen Künstlerin? Zwar können diese zwei Tätigkeitsbereiche nicht klar voneinander getrennt werden in ihrem Fall, da sie bereits am Bauhaus auch Lehrtätigkeiten nachging, Assistenzlehrtätigkeiten, doch kann trotzdem nach der Künstlerin Dikker gefragt werden, die, wie aus Briefen bekannt, versuchte eigenständige Projekte aufzubauen und ihre künstlerischen Arbeiten zu verkaufen. Es sind eben diese finanziellen Bestrebungen, die mich dazu verleiten, eine letzte Antwort auf die Frage nach den Ursachen der Heterogenität in Dikkers Werk vorzuschlagen. Denn mir scheint im Falle Dikkers die Problematik einer Verunmöglichung der Ausarbeitung einer eigenen Formensprache vorzulegen. Eine Verunmöglichung, die durch Klasse, Geschlecht, Herkunft sowie politische Zugehörigkeit bedingt ist. Ich schlage diese intersektionalen Faktoren nicht als ausschließliche, aber durchaus als wirkmächtige Ursachen sowohl für Dikkers formale Pluralität als auch ihre mediale Diversität vor. Denn mehr noch als die experimentierfreudige und praxisorientierte Ausbildung, die Dikker genossen hat an der Kunstgewerbeschule in Wien oder im Bauhaus, scheinen mir diese Faktoren, die üblicherweise als werkextern gehandelt werden bei Dikker, formbestimmend gewesen zu sein. Formbestimmend insofern, als dass die Künstlerin in der Entwicklung eines kohärenten Stils von eben diesen sozial-ökonomischen Faktoren verhindert, aber auch geformt wurde. Klasse, Geschlecht und Herkunft manifestieren sich formal in den zahlreichen ästhetischen Brüchen in Dikkers Werk. So sind heute bloß Ansätze einer eigenen Formensprache zu finden. Lediglich blitzt hier und dort eine ästhetische Verwandtschaft auf, verflüchtigt sich aber auch bald, etwa in den anfangs gezeigten Arbeiten, also den Aquarellen im Bauhaus und den Einladungen, oder den Ölgemähen einiger Exiljahre, wie wir sie hier sehen. Diesbezüglich sei kurz auf einen der vielen, doch wohl prägnantesten Stilbrüche bei Dikker hingewiesen, die Flucht aus Wien nach Prag 1933. Dikkers Exil führte etwa zur Verknappung der Materiallage für die künstlerische Produktion. So gibt sich die Flucht als Faktor einer bestimmten Formgebung zu erkennen, die teilweise der medialen Spontanität geschuldet scheint. Deutlich kommt das bei Verhör 3 zum Vorschein. Hiervon gibt es verschiedene Versionen. Ich glaube, zwei sind in Prag im Museum zu finden und waren im Lentus auch zu sehen. Vielleicht haben einige von Ihnen die Arbeiten gesehen. Aber hier scheint es sich um einen improvisierten Malgrund zu handeln, auf dem die Figur ausgearbeitet ist. Der Malgrund ist Karton. Also bildgestalterisch hat sich hier die Annonce-Sektion einer tschechischen Zeitung als modulierende Gesichtsschraffur in die Komposition eingeschrieben. Stilistische Merkmale resultieren hier einerseits teilweise aus medialer Not und andererseits aus einer wohl politisch bedingten Umorientierung, von der Stephanie Kitzberger in ihrem Text sehr, sehr ausgiebig spricht. Und diese politisch bedingte Umorientierung bedingt das Motiv des Bildes. Denn Dicke thematisiert hier nicht, zumindest nicht auf augenscheinlicher Ebene, politisch brisante Inhalte, wie sie das in ihren unmittelbar vorangegangenen Arbeiten getan hat, den berühmten Fotokollagen. Sowas könnte sie nämlich, könnte zu einer weiteren Verhaftung führen, was der Grund zu ihrer Flucht war. Die Fotokollagen lassen sich zwar medial mit Verhör in Verbindung bringen, denn beide sind mit Zeitungsausschnitten kollagiert. Auch weisen beide den Einsatz des für Dicke typischen Farbnebels auf. Doch stilistisch wie auch motivisch sind sie dezidiert anders. Die elliptische Darstellung der Figur und ihr Hervortreten aus dem Grund erinnert eher an Dickers Aktstudien oder Kohleportraits aus den langvergangenen Jahren 1920. Also hier scheinen sich ein paar rekursive Strukturen abzuzeichnen. Ein Moment der Wagenkoherenz. Insgesamt kann aber festgestellt werden, dass lebensumständlich Verwerfungen bei Dicke oft mit stilistischen Verwerfungen einhergehen und konkurrieren. Aber auch vor dem Fluchtjahr verunmöglichen sozioökonomische und geschlechtsbezogene Faktoren eine zielgerichtete Entwicklung einer subjektiven Formensprache. So könnte die Frage gestellt werden, wie sich der Umstand, dass Dicke fortlaufend unter prekären Lebensbedingungen für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen musste, gestalterisch in ihren Arbeiten niederschlug. Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, hat zunächst ihren sattelfesten Umgang mit Techniken und damit ihre beachtliche künstlerische Medienvielfalt unterstützt. Die vom Theaterentwurf, typografische Setzungsarbeit, kollagierten Werbeprospekten, über Webtechniken bis zur architektonischen Entwurfszeichnung und darüber hinaus reichte. Dicke hat berufsmäßig und künstlerisch viele Felder beackert. In ihrer Laufbahn wechseln sich Lehrtätigkeit, Kostümbildnerei, Arbeit an Theaterrequisiten, Architektur, Werbe, Spielzeug und Textilarbeit, politisch-bildnerisches Engagement und Kunstpädagogik ständig ab. Eine bemerkenswerte Bandbreite. Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass ihre stilistisch kohärentesten Arbeiten, meiner Ansicht nach, ausgerechnet in der stabilsten und längsten Gewerbstätigkeit ihrer Karriere zu finden sind. In den gemeinsamen Architekturentwürfen mit Franz Singer. Sechs Jahre lang, zwischen 1925 und 1931, haben sie zusammen ein Architekturatelier betrieben. So hatte Dicker sechs von der Präkarität zumindest zum Teil entlastete Jahre genug Zeit, um eine subjektive Formensprache zu entwickeln, die insbesondere in der architekturischen Farbpalette und in den Textilentwürfen zur Geltung kommt. Die Ausnahme scheint hier, wie so oft, die Regel zu bestätigen. Denn dieser einzelne stabile Fels steht einem mehr an unstabilen beruflichen Tätigkeiten gegenüber. Eine detaillierte Beantwortung der Frage nach dem Einfluss von intersektionalen Bedingungen auf die ästhetische Form geht natürlich über dieses Statement hinaus und wurde teilweise von den Beiträgen im Band bereits ausführlich ausgearbeitet. Schlussendlich demonstriert Dicker Branders Oeuvre aber womöglich auch, dass das Paradigma einer subjektiven Ästhetik in Teilen der Avantgarde nicht unbedingt als etwas Kohärentes gedacht wurde. Danke. Vielen herzlichen Dank. Wir möchten jetzt die Diskussion gleich ins Publikum öffnen. Ich hätte vorab eine Anmerkung, ein Kommentar, was vielleicht an eine Frage münden würde. Und zwar würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, Daniela, du hast über Elastizität gesprochen, sowohl in ihrer pädagogischen Arbeit, sowohl ausgehend von den Lehrerinnen als auch für die Schülerinnen, als etwas, was eine Wichtigkeit in der Lehre haben sollte, um auch, so denke ich hat sie es formuliert, auf sich verändernde Bedingungen eingehen zu können, also auch gesellschaftliche Bedingungen. Und ich muss sagen, dass ich da gerade eine Verbindung auch nochmal gezogen habe oder ziehen konnte in der unmittelbaren Nähe eurer Vorträge und eurer Analysen, dass diese Elastizität, die sich vielleicht auch in diesen dynamischen Prozessen ausdrückt oder zu finden ist, also sei es in den Möbeln, die beweglich sind oder auch andere dynamische Prozesse in den Collagen oder Architektonischen Entwürfen oder so zu sehen sind und dass das auch darauf referiert, aus der Not heraus quasi geboren, also aus der unmittelbaren Bedingungen heraus, der gesellschaftlichen Situationen, in der sie sich befand, aus ihrer Erfahrung heraus darauf reagieren zu müssen, also auch da eine Flexibilität zu behalten. Ein wichtiges Zitat war dort von dir, sie wolle diesen Bewegungsablauf im Material ausdrücken, von der Fläche hin zur Linie und du hast die dynamischen Prozesse in ihrer Arbeit analysiert als eine dynamisierte Materie, die Bewegung als transzendierende Funktion, die Klappmöbel als ästhetische Erfahrung, welche, wie du schreibst, den Raum zwischen den Einrichtungsgegenständen zentral werden lässt, was ich auch sehr interessant finde, denn das ist der Raum, wo die jeweiligen, die Personen in den Räumen agieren. Kannst du hierzu noch mal kurz ausführen, wie das Kinetische als Aktivierung der Benutzerin für eine neue Gesellschaft verstanden wurde oder verstanden werden will? Funktioniert das? Ja. Also wie gesagt, das kommt eher aus dem sowjetischen Diskurs. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich noch mal nachgedacht, ob das bei Friedrich Dicke-Brandeis nicht im Laufe ihres Lebens auch sich eben ein bisschen verändert. Also dass sie am Anfang tatsächlich diese Aufladung mit so einer kosmischen Weltbewegung, da gibt es also Zeichnungen von Gustav Glutzes, von Lissitzky, wo man das sehr schön sieht, wie sich also die alte Welt transformiert durch so Bewegungsprozesse. Und das wird im Laufe der 20er Jahre im russischen Kontext sehr stark auch eben auf die tatsächliche Gestaltung der Lebenswelt übertragen. Erst im Theater meines Erachtens und dann aber auch in den Wohnungen selber. Also dass man bewegliche Wände einbaut oder einen Tisch, der sich dann zu einem Bett transformiert. Und es geht immer um den Benutzer dieser oder die Benutzerin dieser Oberflächen, die durch diese Bewegungsabläufe quasi aktiviert wird und auch so eine Art ja eben doch so eine Art transzendierende Erfahrung macht und tatsächlich irgendwie sich auch selber transformiert in einen neuen Menschen, der auch in der Lage ist, eine neue Gesellschaft zu bilden. Später in der kunstpädagogischen Arbeit, da spricht sie eher davon, dass die kunstpädagogische Arbeit auch, also dass die aktuelle Situation so verdichtet ist, so eine dichte Masse wie so ein Klotz oder so einen Klumpen bildet, in den man Luftlöcher hineinmachen muss. Also es soll mehr Luft rein, es soll sich bewegen können und das Ziel bei ihr ist eben die Elastizität auch der Kinder. Ich meine, die sind im KZ, also sie eigentlich resilienter zu machen für das, was dann da auch passiert. Also diese Resilienz spielt da eine gewisse Rolle und ganz zum Schluss muss man sagen, das Zitat hast du ja auch selber verwendet in deinem Text mit der Auseinandersetzung von Adorno, Wiesengrund mit Kierkegaard, wo ich das Gefühl hatte, dass da wird dann sozusagen, diese Bewegung aber auch zu so einer ikonoklastischen Geste, also wo das Bild sich dann selber zerstört auch und auflöst und das in dieser Kombination mit dem Holocaust, der da sozusagen vor der Tür steht, finde ich schon auch eine ziemlich, hat mich sehr getroffen irgendwie, als ich das, sozusagen bei mir auf einmal dieser Konnex im Kopf da entstanden ist, zwischen dieser Formauflösung und dieser tatsächlichen Vernichtung. Also das fand ich ziemlich krass. Deswegen glaube ich, dass es sich bei Friedel Dicker verändert, eben von diesen sozial-utopischen Aufladungen, die aus dem russischen Kontext oder sowjetischen Kontext kommen, bis hin zu so einer Selbstauflösung. Aber ich weiß gar nicht, ich fand das jetzt nochmal sehr interessant, also ich reagiere vielleicht auch nochmal auf meine Nachrednerin, weil ich eben, also diese Heterogenität im Stil, ich glaube, das kann ja jeder sehen, auch an den Fotos, die jetzt da nochmal gezeigt wurden oder in der Ausstellung. Tatsächlich haben die sich für mich jetzt, nachdem ich die Originale gesehen habe, wieder ein bisschen relativiert und haben mich eigentlich nochmal bestätigt, dass es schon so ein durchgehendes Prinzip auch gibt, dass ich aber eben nicht mit so klassischen, stilgeschichtlichen Kriterien, die wir halt in der Kunstgeschichte irgendwie so lernen, beschreiben lässt. Also wir haben ja immer diese schöne Abgrenzung, gibt es sowas Expressionistisches oder es gibt einen Bauhausstil oder es gibt dann einen Konstruktivismus und der sieht dann so aus und dann gibt es noch eine neusachliche Malerei, da könnte man ihre Spätwerke vielleicht drunter subsumieren oder kubistisch angehaucht. Also wir versuchen das immer so zu etiketieren. Und wenn man sich davon aber einmal löst und sich vielleicht eher überlegt, dass es vielleicht eine Art von Formprinzip ist, dass sie interessiert und tatsächlich in den Briefen ist das auch nachweisbar, dass sie das wirklich als eine Problemstellung über ihr ganzes Leben lang verfolgt. Also das zieht sich durch mit dieser Raum und Zeit und wie ich das dynamisieren kann. Und natürlich habe ich genau das gemacht, bevor ich anfangs so ein Skrupel hatte. Ich habe sozusagen einen kleinsten gemeinsamen Nenner versucht zu identifizieren, der sich eben natürlich in diese Geschichte der Avantgarde gut einschreiben lässt. Aber ich glaube, es ist in dem Fall nicht aufgesetzt, sondern aus den Werken durchaus auch hergeleitet. Aber vielleicht siehst du das auch anders und bleibst sozusagen auch bei dieser Vorstellung oder eben das lässt sich ja diskutieren, ob diese Heterogenität nicht auch eben eine bewusste Absage ist an so einen Signature-Style oder so einen Personalstil, der ja eben auch, wie gesagt, mit diesem eher männlich geprägten heroischen Modernismus geprägt ist. Also wenn wir uns Mondrian vorstellen, wie er dann da an seiner Abstraktion arbeitet. Und deswegen, aber ich glaube, also werde ich jetzt so ein bisschen moderieren. Da ist gerade eine Frage auch im Publikum. Ich wollte nur fragen, Hamida, möchtest du da kurz auch erst mal darauf antworten, weil es war ja schon gerade im Dialog angelegt und dann werden wir auf die Frage im Publikum eingehen. Danke. Ja, danke für das Ansprechen dieser vielen schwierigen Punkte bei Dicke. Und du hast ja jetzt sehr, sehr viel angesprochen, von dem ich vielleicht jetzt nur eine Sache herausgreifen werde. Und zwar die Frage, die dein Aufsatz eigentlich stellt, nachdem, ob dieser Wiener Kinetismus und dieser Dynamismus, ob das auch dann zutrifft und ob das nicht zu stringent gedacht ist in Dicke's Fall, beziehungsweise auch deine Erfahrung, die ich eigentlich auch hatte in der Ausstellung, dass obwohl ich die Arbeiten gesehen habe, vor der Ausstellung noch mit ihnen gearbeitet habe, über sie geschrieben, aber wenn sie dann so in einer Art Synopse in der Ausstellung erscheinen, dann sind sie doch gemeinsam sichtbar und dann ergeben sich auf einmal dann doch so eine Art formale Macharten, Verfahrensweisen, die sich dann doch über die Jahre hin durchziehen. Was ich aber, ich würde jetzt nicht so weit gehen, es Stil zu nennen, genauso wie du sagst, also mit unseren Kategorien funktioniert das nicht, aber wie hast du es gerade genannt? So eine Art Formprinzip vielleicht, ja. Aber ich glaube, dass es sogar bei Dicke's kurzer Schaffenszeit sollte es in Phasen einfach aufgeteilt werden. Ich nehme an, dass sich ihre Interessen dann doch, dass sich diese geändert haben mit der Ausbildung, mit der Arbeit mit Franz Singer, mit den Werkstätten der Bildenden Kunst in Berlin, dann wiederum in Prag. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir bei ihr sehr oft dazu neigen, Anachronismen anzuwenden, die Briefe zu lesen und dann das auf einmal auf das ganze Werk umzumünzen, was mir sehr oft passiert ist. Und da muss man ein bisschen vielleicht einen Schritt zurück machen und sich überlegen, in welcher Zeit befinde ich mich da gerade. Natürlich ist es eine sehr löchrige Zeit, wir wissen so wenig über sie. Das meiste ist ja wirklich schwierig zu datieren. Aber ich nehme an, dass diese Heterogenität in der Gestalt auch mit einer kunsttheoretischen Heterogenität zusammenfällt bei Dicke. Ja, vielen Dank für diese sehr intensiven Auseinandersetzung trotz der kurzen Zeit. Danke an Daniela Stöppel. Also ich denke, ich will jetzt kein Co-Referat halten, aber es ist eine große Herausforderung, eine Künstlerin, die prominent, non-prominent Artist ist, in einem größeren Kontext zu sehen und zu verorten. Gleichzeitig, finde ich, ist sinnliegender auch die Fallstricke wieder in so eine Stilgeschichte. Also ich habe an der Wiener Schule der Kunstgeschichte während der Studiumsgenossen hier in eine Stilgeschichtlichkeit hineinzufallen, die kontraproduktiv ist. Natürlich sind Abfolgen und ich glaube, man kann es allgemein sagen, dass es ein kontinuierliches Arbeiten, ein künstlerisches Arbeiten ist und ich glaube, niemand bleibt am selben Fleck stehen, noch dazu mit dem Problem, politischen Ereignissen im Hintergrund. Also da passiert einfach irrsinnig viel auch bei ihr an Veränderungen. Vielleicht eine kleine Anmerkung noch zu dem Vortrag 1943, der ja erwähnt wurde, zum Kinderzeichnen in Theresienstadt, den sie gehalten hat. Dieses Potenzial, das sie hier sieht, frei zu schöpfen, das kommt daher, willkommen in der Wirklichkeit, wenn wir von dem Jetzt-Zeitpunkt ausgehen. Es geht darum, dass viele Kinder wohl Disney-Figuren zeichnen wollten und einfach abzeichnen, abmalen wollten und sozusagen diese Verformung unter Anführungsstrichen und diesen Frust, den die Kinder hatten, sozusagen dem entgegenzuwirken und darum ist es auch, glaube ich, ganz stark gegangen. Und das andere ist, ich wollte noch etwas zur Materialität sagen, also ich glaube, diese Verhörbilder in Prag, es gibt hier eben auch die Ölgemälde, ich glaube in dem Fall nicht, dass es aus einer Materialknappheit ist. Sie hat damals in Prag in einer sehr prominenten Stelle gewohnt, in Theresienstadt sehr wohl, aber wie wir von Ausstellungen wissen über Theresienstadt und die anderen Künstler und Künstlerinnen, wie soll man sagen, es war sicher eine Frage des Self-Management und der Organisation, Material zu bekommen, es war sicher knapp, aber ich glaube, sie haben einfach aus dem Vollen geschöpft, was gegangen ist. Aber ich glaube, in der Prager Zeit denke ich eher, dass dieses moderne Medium, der Collage, das natürlich viel weiter zurückgeht, also 20 Jahre zuvor, wie wir wissen, also mit Zeitungspapier und so weiter zu arbeiten, ich glaube, dass da eher die Wurzeln dafür zu suchen sind. Also in Theresienstadt ganz sicher, ja. Danke. Falls irgendjemand was über diese aquarellierten Arbeiten weiß, die im Bauhauskatalog ausgestellt wurden. Ja, da hinten. Vielleicht. Wenn ich mal eine Frage ans Publikum stellen darf. Danke für die interessanten Beiträge. Ich wäre sehr vorsichtig, das mit Intersektionalität, ich weiß, das ist modern, das macht man jetzt, zu verbinden, weil ich weiß nicht, ob man Friedl Dicker jetzt in das Prekariat des leider verdienen müssenden Künstlers hineinstecken kann, zumal die Jahre bei Franz Singer im Atelier vielleicht auch nicht die einfachsten waren, wie wir aus den, sagen wir mal, persönlichen, privaten Beziehungen wissen. Ich wollte aber gleich auf dieses Aquarell eingehen. Das können Sie ab übermorgen in der Ausstellung im Wien Museum sehen. Also das Aquarell existiert noch, ist im Privatbesitz, ist aber auch schon länger publiziert, also nicht ganz neu. Ich wollte fragen, dass man kommt bei Friedl Dicker ja auf den Geschmack und muss das gleich wieder lassen, die guten alten Zuschreibungsfragen zu stellen oder man wird versucht, das zu tun, aber es ist doch schwierig, glaube ich, die Zeichnungen, die im Atelier entstanden sind, so in Bausch und Bogen ihr zuzuschreiben, die nämlich, und das wissen wir zum Teil auch aus Quellen, wahrscheinlich ziemlich sicher wusste es nicht von ihr Sinn, auch nicht von Franz Singer, weil das konnten die beiden nicht so gut wie die anderen Damen, die dort im Atelier gearbeitet haben und die man heute nicht mehr kennt, also Leopoldine Schrom und Anna Sabo, die vor allem letztere, sehr viele dieser Axonometrien gezeichnet haben, was dann für mich wiederum ein Problem oder eine Schwierigkeit entstehen lässt, wenn man aus diesen Axonometrien auch aus dem Klappen der Möbel, die ja wiederum stark von Franz Singer beeinflusst sind, Rückschlüsse auf größere kunsttheoretische Überlegungen oder Prinzipien zieht. Ich will nicht die Friedel Dicker klein machen, im Gegenteil, aber ich glaube, dass man an den Vorträgen gesehen hat, wie schwer es ist, dieses so vielfältige und faszinierende, aber eben auch aus uns inhomogen erscheinende Werk zu fassen. Und ich würde da sehr vorsichtig sein und sehr gerne die historischen Fakten auch auf den Tisch legen oder zumindest in die Bewertung einbeziehen. Danke. Möchtest du gleich antworten, eine ganz kurze Fortsetzung sozusagen dieses Gedankens oder vielleicht um das nochmal präziser zu sagen, was vielleicht auch an Friedel Dicker die methodische Herausforderung darstellt für die Kunstgeschichte, nämlich dass wir natürlich immer noch eben solche normativen Standards haben, also eben Einheit des Werks oder irgendwie eine Innovationsleistung oder irgendwie eine stilistische Zuordnung. Also wir haben normative Standards und die Herausforderung ist, dass wir diese Standards eigentlich ja infrage stellen müssen. Dass die sich, also es ist ja nicht nur eine Kanonerweiterung, dass wir jetzt Friedel Dicker in den großen Kanon der wichtigsten Künstler, der Moderne aufnehmen. Ich finde, das ist auch ein bisschen falsch gelaufen mit Hilma af Klint. Also nicht, dass sie keine größte Künstlerin ist, aber sie ist etwas stilisiert worden, was sie möglicherweise gar nicht war. sondern die Herausforderung ist eigentlich, unsere Bewertungskategorien zu transformieren und vielleicht von diesem etwas ist noch Expressionismus oder schon konstruktivistisch oder uneinheitlich, sehr negativ konnotiert. Dass man das vielleicht aufgibt, das fällt schwer. Und vielleicht auch andere, oder wir denken in der Subversion, wir denken immer, ah, dann hat sie das absichtlich so gemacht. Aber vielleicht gibt sie uns eine ganz andere Problematik mit, die wir halt noch nicht ganz im Griff haben. Vielleicht sind ja dann eben auch solche Kontexte wie physiologische Überlegungen fast hilfreicher, wenn man das erstmal da rausnimmt und auf einer ganz anderen Ebene verhandelt. Und ich denke, dass genau aus diesem Grund ist es so spannend, dass sowohl dieser Versuch einerseits mit den Texten gemacht wurde, an einem Kanon entlang oder auch in Abgrenzung dazu das Werk zu analysieren, aber eben ganz nah an ihren Arbeiten und auch an den Briefen. Und vielleicht auch nochmal, um auf deinen Vortrag nochmal zurückzukommen, nochmal den Hintergrund auch, in welchem Zustand befand sich denn das Subjekt auch in der Zeit. Du und auch Daniela haben beide eine Stelle aus einem Brief zitiert von Friedel Dicke Brandeis, in der sie auf Adorno Bezug nimmt. Das Zitat, Der, der Glaube, das Selbstbewusstsein sei kontemplativ, hat sich selbst nicht verstanden, da er doch sehen sollte, dass er zu gleicher Zeit im Werden begriffen ist und darum kein abgeschlossener Gegenstand der Kontemplation sein kann. Könntest du da nochmal kurz erläutern, wie diese Formulierung, das im Werden begriffen, als Adressierung von Zeitlichkeit, Prozesshaftigkeit in ihrem Werk, auch hinsichtlich der Dynamiken, der Bewegungsdynamiken zu sehen ist? Also, ich glaube, es ist an, das scheint mir jetzt fast die schwierigste Frage. gerade jetzt auch in dem Zusammenhang mit dem Autor, den sie dort zitiert. Also, mir persönlich war es wichtig, dies ein bisschen auch hervorzuheben und das nicht, also, sichtbar zu machen. deswegen habe ich diese Passage auch mit hineingenommen. Auch mit anderen Punkten, zwei, drei Punkten, glaube ich, habe ich es noch weiter verknüpft im Text. Also, Überlegungen, die Adorno hinsichtlich Kunstbetrachtung innerhalb seiner Ästhetik ausformuliert, aber dann eben nicht aus dem Kierkegaard-Buch, das Friedrich Dicke rezipiert, sondern aus seiner ästhetischen Theorie, Postum erschien 1970. Was jetzt die Stelle angeht, so hat Daniela eigentlich sehr ausführlich schon vorhin referiert, zur Frage des Werdens. bei mir endete ja der, also das, was ich versucht habe zu zeigen, es mit an dem Punkt, und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, also schon, was man denken kann im künstlerischen Ansatz bei Friedrich Dicke Brandeis, nämlich, dass es ihr nicht mehr um die Bildung von Einheit geht, von Gesamtheit, von Ganzheit, um das Wahre, Gute und das Schöne, sondern, dass es, wenn es in der Passage das Werden betont wird, dass es um Aktivität des Körperlichen geht, also um Funktionen, das wäre jetzt der Terminus, der innerhalb der Architektur sehr zentral ist, Funktionen, wenn man das so will, als Dasein in Tätigkeit gedacht, zum Beispiel, also etwas, was eben in der Aktion sich auch erst zeigt und nicht gesehen werden kann, selbst, und das kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass einmal die Entwürfe, wenn wir jetzt von den Innenräumen ausgehen, was Daniela ja sehr schön dargelegt hat, dass die eben formal diese Klappmechanismen, das sich öffnen, das nicht festlegen und so weiter, dass man das sehen kann, also formal, dass sich aber das ganze Prinzip erst zeigt, also in der Aktion und so gesehen haben wir es bei den Bildern und ich denke, dass das in den Entwürfen gut daraus hervorgeht, haben wir zwei Pole, also einmal das Formale, wo das Klappbare durchaus sichtbar ist, aber auch das Einheitliche, denn man muss es ja aufklappen und rausholen. Das ist schon mal auch ganz interessant, dass also eigentlich das Einheitliche aufgebrochen wird quasi und dann in einer Bewegung übergeht, aber das ist zunächst das Formale, das sich gar nicht in der Zeit erstreckt, sondern und dann kommt man da auf das Werden, was eben künstlerisch, glaube ich, sehr relevant ist, wo dann, wenn man das Formale erblickt, das kein Zeitmoment hat, sondern einfach nur zeigt, dass etwas Zusammengesetztes sich zur Form ergibt, dass dann, dass die Bewegung, das Werden und der Ausdruck und die Wirkung deutlich wird, ja, also der Ausdruck Eistesis wird hierzu häufig verwendet und das lässt sich also in den Möbeln ganz gut zeigen, in den Bildern, die mich interessiert haben, lässt sich das im Sehen zeigen, denn der Raum ist nicht einfach so sofort da, überhaupt nicht. dieses Aquarell zeigt den Raum erst über die Zeit und darin steckt auch dieser Werdensaspekt. So würde ich es jetzt einfach nur für hier auf die Kunstwerke beziehen und ich denke auch, dass die Aktionometrien ebenfalls diesen Werdensaspekt in sich bergen, weil das, was dort an Farbe passiert oder durch die Farbe passiert, ist überhaupt nicht auf den ersten Blick zu sehen. Das geht gar nicht. Also man ist eigentlich permanent überfordert. Jedenfalls also fühle ich mich so, ja, wenn ich mir die Aktionometrien anschaue mit den farbigen Darstellungen, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es doch auch sehr, sehr bemerkenswert, dass die Auseinandersetzung von Friedel Dicke Brandeis mit Kierkegaard und Adorno. Es gab noch eine Frage im Publikum. dort in der Mitte. Genau, danke. Also vielen, vielen Dank für die tollen Vorträge. Mir hat sich so ein bisschen die Frage aufgedrängt, ob man Friedel Dicke Brandeis nicht auch so ein bisschen stärker in eine jüdische Kulturgeschichte einbetten müsste, vor allem eben mit so Fragen der Elastizität etc. Bei mir ist da sofort dieses Konzept der Wandlungsfähigkeit aufgekommen, das ja vor allem irgendwie so im Theater, im jüdischen Theater irgendwie so ganz wichtig war und sich ja natürlich auch so zwischen Zuschreibung oder Fremd- und Selbstzuschreibung quasi irgendwie bewegt und ich habe mich da eben gefragt, ob das nicht auch eben so etwas ist, was quasi nochmal in einem weiteren Kontext ihr Werk bestimmt und sich eben insofern auch auf ihr Werk überträgt. Könntest du da eingehen, auf die jüdische Jugendbewegung? Also ich finde es absolut wichtig, also eben, sie liest ja auch Adorno, also in diesem Zusammenhang ist das ja von Bedeutung, aber ich habe das nicht weiter verfolgt, aber absolut fände ich einen ganz wichtigen Aspekt, aber da müsste jemand dran, der das besser kann. Aber finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, der ist mir nur jetzt relativ spät gekommen und wie gesagt, da bin ich auch nicht so bewandert, dass man das hätte beantworten können, aber ich glaube, das ist noch etwas, was aussteht und auch tatsächlich also auch schwierig wird, also glaube ich sogar sehr schwierig. auch vom Level des Haushalts, ja. Gut, gibt es noch Fragen? Ansonsten möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken bei den Vortragenden und auch beim Publikum und ich freue mich auf den Verlauf, auf das weitere Panel. Vielen Dank. Applaus The second part will start in English and I want to introduce to you Daniela Hamer-Tugendhat. She will moderate the panel. Daniela Hamer-Tugendhat I don't really maybe need to introduce in der Angewandte but for the people who don't know her she began her work as a lecturer at the University of Applied Arts Vienna as early as 1975 after receiving her doctorate. After her habilitation with a thesis on gender relations in art she was appointed associate professor at the Angewandte. Since her retirement in 2012 she has been associate with the Angewandte as a honorary professor. Daniela Hamer-Tugendhat has been a strong advocate for gender studies and equality throughout her career and in 2010 the Austrian government awarded her the Gabriele Possaner State Prize for academic achievements in the service of gender democracy. In 2012 she has awarded the Ring of Honor of the University of Applied Arts. Her research interests our early modern painting gender studies as art history as cultural studies. I only want to mention one publication out of a mass she publicated. This is The Visible and the Invisible on Dutch Painting of the 17th Century which was published in 2009. Thank you Daniela for moderating the next panel. Thank you very much. Is it on? Thank you very much for this kind introduction. I just want to say that I'm extremely sad that Stefanie Kitzberger can't be with us because I really want to say that Stefanie is really on the core of this whole experience. She was so important for the exhibition, for the book and yes, I'm sorry but we will have to manage without her. Yes. We will start with Julie Johnson. She is Associate Professor of Art History at the University of Texas in San Antonio. She has held Fulbright and EFK residential fellowships in Vienna and was a national endowment for the Humanities Scholar during the academic year of 20 and 21. She is also of numerous essays on women artists and the book The Memory Factory The Forgotten Women Artists of Vienna of 1900. She has written here in our book now Between Media Registering Practices of Knowledge. Please, Julie Johnson, we look forward to listen to you. Thank you very much. I'm interested in the visibility and invisibility of women artists. How, why, and where do the moments of erasure occur and how and when does an artist or a work of art become visible in the institutions of art or its various representational systems? Friedel Dicker was of a generation of artists who were subject to a historically specific erasure. She was an inheritor of the tremendous progress made by a prior generation of women artists who were active in Vienna 1900 but lost her ability to participate in art institutions because of anti-Semitism, was murdered at Auschwitz, and has been subject to belated rediscovery. I really can't think of a better way to pay attention to an artist than what the editors and organizers have done here. There is not only the current temporary exhibition but also plans for a permanent installation both designed by artists, a scholarly book with essays by art and architectural historians, and this event. A new conversation has been launched which will hopefully invite more research, more investigations, more uncovering of sources, and more than one reading of her works. The intercessory efforts made by the curators, editors, and organizers offer a model for other arts organizations to emulate. as the American curator Helen Molesworth once remarked, the way to do diversity is to do it. I'm very glad to participate in this wonderful project and would especially like to thank Cosima Reiner and Stephanie Kitzberger for the invitation to participate in this conversation. One thing I know is true, you have to make people care. As we have already seen, Dicker Brandeis provides us with many opportunities to care about her, not only as a designer architect, visual artist, and educator, but also as a collaborative innovator and role model for her engagement with social justice issues. From her place on the art historical margins, she also provides a chance to rethink disciplinary assumptions and norms. She invites us to rethink our models of creativity. She participated in so many different aesthetic strategies, even those typically considered at political odds with one another. For example, the two responses to World War I associated with a constructive or disruptive attitude seem to neatly divide the competing avant-gardes of the interwar years, or at least this is what we tell our students in the art history survey. But Dicker Brandeis noticeably participated in both the utopianist and critical approaches, which presents an interesting art historical problem. Reviewing her work for an article I wrote for the Austrian history yearbook, I found only disunity in what we think of as typical artistic development or creative discovery. Searching for a way to account for this, I remembered something I'd heard in another context long ago. I was in graduate school listening to a lecture in a course taught by Barbara Stafford called Ancients and Moderns. In discussing Lord Burlington's Chiswick House, she called his approach an Ars Combinatoria. How do you invent something new when it's already been done, she asked. He took pre-existing forms and reassembled them into something new. This attitude was not unusual in the early 18th century. It was a form of creativity. This model of creativity has not been the default mode in our post-romantic world. But it was common in other periods. The philosopher Seneca advised artists or artificers to emulate the cross-pollination of the bee who gathers, sifts, and recombines from multiple sources, finally blending them together into a new invention. Seneca was often quoted in art treatises in the 17th century such as Franciscus Junius the Youngers which quickly became part of the Republic of Letters. These ideas were furthermore transmitted in studio talk among patrons and artists according to separate studies by Tis Vestine and Angela Ho. This model of creativity lingered into the early 18th century but was eclipsed by romantic notions of individualism. Dicker Brandeis engages in this kind of creativity but hers is much more than an artificer collaging or recombining existing forms in one dimension or one medium or even one discipline like architecture. She takes whole systems of thought, genre, and media and recombines them splicing them together at their most fundamental level. And then she comes up with these works that are somehow unified mellifulously blended creations. We can see this recombinatory attitude even in the simplest appearing works. For example Dream a spray ink gouache and pastel work on paper exemplifies a kind of multi-directional remediation in which the processes and norms of an existing media are transferred to a new media. The work both looks forward to experimental photography, its solarizing effects and writing in light, but also backward to old technologies like the stencil as old as cave painting. Dicker Brandeis is a remediator extraordinaire whose creative processes and sources have multi-directional resonance. She takes the prototype of a Madonna and Child with St. Anne the subject matter of altarpieces and old masters and brings it into a conversation with modernity and domesticity. This clever tubular work made in the unlikely vocabulary of the Bauhaus machine aesthetic has a story to unlock. Its cleverness in turn might offer a chance for sociability, lighthearted conversation and interaction for houseguests of the Auerzberg-Herriot family in whose home she imagined a version of it landing. This too is part of her work. There is a collaborative process that happens with her friendships and studio partnerships, yes, but the internal conversation she makes between genres and media extends to the uses and reception of her works. There is an inherent sociability to her work that can be seen in other design projects like the kindergarten that requires the children to work together to move or set up the furniture. in her brilliant humorously deadpan essay The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Rosalind Krauss takes the discipline of art history to task. We are presented with a series of repeating squares over and over again. This is what we celebrate as original in the history of modernism, she writes. She makes us see how repetitive it all is and to pay attention to our assumptions and discourse around originality. Dicker Brandeis by contrast seems never to repeat herself. She has mastery over multiple media and genres which she endlessly rethinks, splices together in unforeseen ways with an open why not approach. There is no media, old or new, no genre, no dimension that is inaccessible to her. She is endlessly creating and rethinking, always connecting art to life and so very modern in her political engagement and social ideals. This too is part of her world. Born into the world of the Habsburgs, she emerges as an adult at the end of empire into a century marked by war and political turmoil. She cares about people and social justice issues. There is often a reason behind her aesthetic choices and recombinatory inventions that goes beyond a mere delight in doing something new. In my essay for this volume, I have the audacity to place Dicker Brandeis at the center of a web of art history in a kind of utopian experiment, comparing scenes from her life to events across the ocean. I use ideas from Michael Camille and Horst Bredekamp as permission slips of sorts in order to create a space of possibility for retroactive belonging in the art historical conversation. Bredekamp writes of the latent interobjectivity of objects in collections, which when placed next to unrelated objects have imminent potential for unlocking as yet unknown semantic connections. Michael Camille, when asked to write about the canon for an art bulletin series, proposes that, quote, a canon is not made up of the actual objects but only of representations of those objects. The fact that we have canonical lost works for which photographs of the original do not even exist is proof of enough. Furthermore, the notion that the canon is comprised of universal works of art that have been, and here I'm quoting Camille, stripped of their contingency, their particular place in space and time, and that now stand alone as works of art is wrongheaded. The opposite is true, writes Camille. The truly exceptional work is one which registers, reacts to, and even redefines its particular historical circumstances. With these ideas in mind, I took a closer look at her self-portraits, all of which defy the conventions of the genre. She shows herself from the side, from behind, or riding in a car. She shows an interest in ears and sonority, and paints the back of her own head in what is an immersive scene, A Memory of Her Vulnerability in Interrogation 1. This work, in particular, registers its historically contingent conditions, not least for her fascination with the typewriter in the context of an interrogation. The typewriter is not a well-known subject in art history, but it's become a key object for media theorists and scholars interested in cultural techniques. Although this work is not widely known, I think it has the latent potential to join the canon of endlessly reinterpretable objects, precisely because of its historical specificity and theme. The fact that it's been submerged in the shadows of the discipline, absent from the larger conversation, is now part of its meaning as an object. In the essay, I also extend my prior interest in the network or web metaphor to situate her work in life into two kinds of systems. On the one hand, it's a way to understand her active cross-pollination and connections to other artists and artistic practices. And on the other hand, it's a way to visualize the art historical memory system with all of its latent potential. Certain things become more visible retroactively. Today's relational, participatory art practices help turn our attention to prior histories with similar values, for example. There are some newer models for thinking about relationality, collaboration, and interdisciplinarity in early 20th century art coming out now. I'm thinking of Jenny Anger's Four Metaphors of Modernism, in which she rethinks the history of modern art through this lens, recovering discussions about empathy, relationality, or bezielichkeit, and intersubjective aesthetics. Focusing on the tight connection between Berlin and New York avant-garde's themes of immersive environments, connection, and collaboration emerge. These are all part of Dicker Brandeis' project. Her practice becomes more visible, even central, if these are the values and conditions that are in focus. If ideas about art and creativity were once transmitted and shared in the studios of Amsterdam and Delft in the 17th century, as Ho and Vestine have shown, today they are more likely to be shared in art school. Helen Molesworth made this point when she reorganized the permanent collection of modern art at L.A. Mocha to reflect this forgotten aspect of art history. In her revisioned installation of modern art, women and fiber arts become more visible. She sees the Black Mountain College as a central disseminating point for the interdisciplinary practices that have gained currency in the art world. Black Mountain, a center for performance and all media, was also where a group of Bauhaus artists landed, among them the Albers. That dispersion of ideas was part of the global reach of the Bauhaus, which in turn was born in Vienna as a group of students followed their teacher Johannes Itten to Weimar. Dicker was part of that initial cultural transfer, sharing and communicating and cross-pollinating like Seneca's bee artificer. This model of creative transmission is different from the one that tells stories of individuals discovering squares in their studios, as Krauss comically remarked. Surely an exaggeration, but funny because we recognize some truth in it. This story of art history is social, less linear, more open-ended, multi-directional and non-hierarchical. It is structured more like a network or web, like Indra's net. In the Buddhist tale, each node or pearl is a microcosm that reflects the macrocosm. Everything belongs and everything is interconnected with past, present, and future potential. In such a universe, we can see the imminent, latent potential for Dicker Brandeis to show us a new, yet very old, model of creativity and a purpose for art that can engage a new generation of students who have demonstrated interest in social justice issues, inclusivity, relationality, and connection. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. applause applause Thank you, Julie, for your lecture. And now I would like to introduce to you Bernhard Reinhold. Bernhard Reinhold studied art history, history and philosophy at the University of Vienna. She is head of the Oskar Kokoschka Center and senior scientist at the Institute Collection and Archive at the University of Applied Arts in Vienna since 2008. She worked on numerous publications, research, and exhibition projects, and she taught on the history of architecture and urban planning, modernist art, Austrian cultural politics, gender studies, and biographical research. And her article in the book is on Growing Through Art, Friedel Dicke Brandeis, and her work with children in context. Please, Bernhard Reinhold. Thank you for the welcome introduction. And first of all, I want to thank for the invitation in this prominent panel. And I want to thank the editors, my colleague, Cosima Reiner, Stephanie Kitzberger, and the others who invited me to write this essay about Friedel Dicke and her engagement as an artist and as an art teacher in her work with children. So I have not prepared a presentation as my others, and thank you, Julie, for this very fine lecture before mine. So the title of our panel is Conditions of Artistic Work Under the Perspectives of Gender, Class, and Antisemitism. And I want to point out different aspects of my essay, but I always want to come back to these issues. So Julie mentioned it goes about visibility, and if you speak about Friedel Dicke-Brandeis, and I think it is the challenge to discover women artists, female artists, but in many ways it's also a rediscovering. So for the Austrians here in the audience in the early morning hours today, there was at the radio broadcast UNS, there was a there was a song played by composed by Ilse Weber, I guess most of you don't know her like me. She was born in 1903 in Witkowice and died I guess exactly the same day on October the 6th in 1944 in Auschwitz, so she was murdered there. She was a well-known writer of stories, children's books and novels which were published in German, Swiss, Czech medias and books publishing houses and she was a composer and this morning I was there you could listen to a song composed by her and by her poems it was a Wiegenlied and Schlaflied a dreaming song for children Wie egal and she was also in Terrace like Friedel Dicke and I guess at the same time she worked as a children's nurse and she was famous for singing for the children there and she was transported so she voluntarily went to Auschwitz with her son so one son could go to England and her old year old son Tommy went with her together to Auschwitz and they were murdered immediately and it is said that she was a man who knew her from Terrace and she asked him if it's quite clear if they go to shower and he honestly told her that they will go directly to the gas chamber and so it is said that she embraced the children around her whom she was accompanying and she was recommended to sit down on the floor in the gas chamber that it goes very quickly and to sing with the children to make it go through very fast so I think she was a well-known writer and maybe not that well-known composer and there is another example I want to exemplify it's Else Jerusalem some of you may know her she was a writer nearly the same age and in 1909 she wrote a very 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 prominent novel it was called The Heilige Scarabeus so I would say The Sacred Scarabeus in English and it was a scandal because it was a novel about a bordel is this the right word in English a very bad point in Vienna which turned out to become one of the noblest etablissements in Vienna and it was a scandal and so many people asked how it worked that a person like Elsie Jerusalem who came from a bourgeois background have so much insider information and she emigrated to Buenos Aires to Argentinian in 1911 with her second husband she was divorced and with her second husband she went to Buenos Aires and I come back to the so she died in 43 in Argentinian but in 1933 when the Gestapo confiscated the publishing house Fisher everything burned down after that there was her manuscripts and this book had 22 editions so it was really really a best seller so and I guess except some of you in the audience who are experts know little about her and about this book so I think in a way it's it's also a challenge to give back visibility to women to artists female artists and writers so and as Julie mentioned of course it's a canon a question of canon and a question of how we define the canon of modernism we all know the great names I'm head of the Kokoska Center so I know what I'm talking about Kokoska Schiele Klimt Loos Krauss Altenberg you can continue and I think there have been so many women in this time we have forgotten and we really love to rediscover them so to come back to Friedel Dicker I think it's also a question of what women we are talking about and most of them especially I think Ilse Jerusalem or Ilse Weber and Friedel Dicker were very self-confident and self-conscious in her habit and in her life and before I talk about teaching as an artistic practice and it was mentioned in the panel before that also she was highly not only interested in artisty but she gave letter lectures in the 40s to her friend Angelini Hilde Courtney Angelini later and she was in close contact to many art historians for example Ludwig Münzer will mention him later again so to come back to the term class in a way which is in our days an old fashioned word it seems to me sometimes so we have to go back to one of the key issues and that is education until now we know education is something that is hired so it's you have luck or not luck in which family you grow up and I think Friedel Dicker she she left school definitely when she was a teenager I think this is the same with with Igon Schiele and Klimt who always had a lack of some kind of intellectual education but as both of these very prominent male artists also Friedel Dicker was very hungry in like a sponge taking up this thing so in my essay I tried to find traces not only of her teaching but also as becoming a teacher and how do you teach you learn by yourself and you learn by your teachers so I think this is a key issue education and she was she had a petite bourgeois background as we know and so she didn't attend for example the very prominent now we know much about it about the private school for girls from Eugenia Schwarzwald which was she was she was a Germanist in philosophy so she studied in Switzerland and she opened a private school I think many of you know in Vienna the architecture was made by Adolf Loos and she had prominent teachers like Kokoschko for example as an art teacher very unorthodox in his teaching of course there were composing lessons given by Arnold Schoenberg in the afternoon and also by Egon Welles Hans Kelsen so the mastermind of our constitution in Austria which is set by lawmen that is a beautiful work of law work so many prominent teachers and a lot of very prominent pupils female pupils and her challenge was to give them education at school and to be to go to university so she did not go to this school but a lot of her friends girlfriends for example Peppa Neumann who plays an important role as we know if you are a child or teenager your peers are very important so but on the other hand Friedel Dicke of course there was always I think a lack of money and education not of support I think from her home she was always very clear in her decisions what kind of school or what kind of education she wanted to do and she was without compromises if it turned out that it was not that what she expected that she changed for example she was only for one year here at the class of Rosalie Rosalie which was the textile class and so I think we will hear and we heard about her textile affinity and we have to consider that it was during world war one and a third of the students or pupils of the kunstgewerbeschule were in war and most of the parts of the school were used as lazarets as hospital in a way so I think it was some kind of chaotic and she never attended the class of Franz Shisek so we did really a lot of research to prove that but of course she got to know who was Franz Shisek and what he did and I think as I mentioned this was like a sponge in this way and at this moment in her early years I think art teaching was not completely on her mind but how to work and we have to consider that the art of children as approach of modernity like breaking with academic or the academism was very important so the art of children the art of disabled the art of extra European cultures folk art and also the art of children was on the screen so the next thing is that I think the power of the personality of a teacher that was very impressive for her and I'm sure she got to know Shisek and of course she took also lessons composition lessons at Arnold Schoenberg which were situated in the Schwarzwald Schule and we heard that she was pupil of Itten who was as we know a very impressive teacher not only in an artistic way but also of his intellectual and philosophical interests in religion and a very broad context she got here so I think if we speak about growing through art this was in a double sense the title of my essay is in a double sense meant growing of course the children growing through art if you have at the last station her work in terracin as an art teacher for the children who were in this camp but also growing herself and it's also a growing and intellectual growing and it was mentioned before and I think this is very important and Christina also mentioned it or pointed it out in her question she was part of the Jugendbewegung of the Jewish youth movement so I think also the youth movement is one of the part important part of the history of modernity and especially the Jewish movement was very different from other movements which came up in this time especially the Wandervogel or other German associations because it was very liberal so also in sexual issues or sexual liberation it was very progressive so both girls and boys were invited for lectures for highly intensively led discussions and for hikings and so I think this was very important and of course and this is one of the subtitles of our panel it has also to do with this I would say permanent permanent feeling and climate of antisemitism because the Jewish youth movement was developed not only as a contradiction as we know from Stefan Zweig there were the old people and if you were 20 you have to wear a beard that you have been taken serious it was also because assimilation Jewish assimilation really failed and if we consider the history especially of Vienna in the late 19th century and early 20th century of course especially young people feel very frustrated and very angry about the upcoming or more and more fired antisemitism it has also to do with the historical and political situation in this time during World War One and before World War One and during World War One that there were a word of Jewish refugees from Eastern parts of Europe I think it was mentioned especially from Galicia there were many programs and we all know the problem now we know the discussions and the debates the discourses about refugees and the differing between what now goes on in the Ukraine with the war and what are refugees and what are excellent so all the wordings we have especially in German are disgusting in a way but I think this was very important and she grew up intellectually in a circle of young women and men and I just want to name you some of the other young people she got to know there it was the mathematicians Hilda Geiringer the composer Hans Eisler we know he worked together with Berbrecht and the sister of Hans Eisler Elfriede who became later on very famous as Ruth Fischer and one of the founding members of the Communist Party in Austria so there was also the later socialist trade unionist Kete Leichter Hans Heller the son of the very famous art dealer and bookstor keeper Hugo Heller who was one of the supporters of the early modernism in Vienna then also the art historian journalist Max Ermes we know him from the Siedler movement then in the 20s the sociologist Paul Lasersfeld and Maria Yehuda so you know they made the very famous study about Marienthal and the unemployed the physician Paul Stein and his later on wife and the co-pupil and the Kunstgewerbeschule Gisel Jäger the psychoanalysts Bruno Bettelheim Wilhelm Reich and his wife Annie Pink and Friedel Dicke many of you know that Friedel Dicke took were under psychoanalysis in Prague under Annie Reich also born pink and of course she was in the Jewish youth movement with the later Montessori teacher Hedy Schwarz and I'm very happy that Zoe Doy especially came from England the granddaughter of Hedy Schwarz and yes and Trude Hammerschlag is completely forgotten and a very impressive person I will talk about her and so in this circle she moved and the head of all these young people was Siegfried Bernfeld who studied many different things mathematics physics and others but he is famous as psychoanalyst and I would say in the second generation of Sigmund Freud and he founded this Jewish movement youth movement as a student and he was in the circles were also Otto Fenechel also a very well known psychoanalyst and he was in this context the first boyfriend or something like that of Friedel Dicke and Otto Fenechel gave his first lecture so he studied also psychology and was a medicine and he gave his first lecture at the Wiener Psychoanalytische Vereinigung so the Wienese Psychoanalyst Society in April 1918 and beside the very prominent listeners to this lecture there was also it's in the protocol book was also his girlfriend Friedel Dicke so she was very well integrated in a very intensive and very discursive affine circle intellectual circle so in this times Siegfried Bernfeld was the mentioned Siegfried Bernfeld he was a specialist on I would say not only Entwicklungsbüchel but he wrote very important analysis on newborns cycling studien and as a mother I love this title he wrote the very well known book Sisyphos Grenzen der Erziehung so Sisyphos the borders of education and Siegfried Bernfeld and I think this is also very important we always have to consider okay and which when we take a timeline of Friedel Dicke's life on which point she was where and but I think as you have now recognized of this list of names and people's persons I think there was always an exchange and Siegfried Bernfeld he opened just for a couple of months in 1918 so at the end of the war he opened a Kinderheim Baum Baumgarten it was in Vienna and of course they had financial problems and it was opened for about 300 Jewish orphans aged from three to teenager age and most of them were head flat from the eastern part of Europe and were very in a desperate circumstance and on his board was mentioned for example Trude Hammerschlag Trude Hammerschlag died very young with 30 by an explosion in a chemistry laboratory but she also studied psychology not by Freud but by Carl Bühler and you know Carl and Charlotte Bühler were very influential personalities and Carl Bühler was not only important for the development of the psychology of language but also of children and he also wrote articles for kindergarten teachers about Entwicklungspsychology and about drawings of children and Trude Hammerschlag wrote a really amazing dissertation in 1923 handwritten about Kinderzeichnungen children's drawing and the images are missing or I was not able to get them but I think she goes back to her experience at this Kinderheim Baumgarten and it was told that for many weeks none of the children were interested in drawing and at a certain point and I think it's very similar to that what Fridl Dicker describes in her it was mentioned Kinderzeichnen in her lecture in 1943 in Teresin at a certain point one child starts to draw and then a second and it's also this group dynamic which is very important and she also describes different kinds of drawing mimetic drawing and also abstract drawing and also if children are very frustrated and their psyche is destroyed in a way they just scribble around and don't really want to draw and to bring children out of this perspective I think Friedel Dicke knew very early before she became or ever more or less decided to become an art teacher knew about this so I think this is very important and of course I could talk about much about Itten but there are many other persons who could tell much more I want to mention in her work as an art teacher and this was mentioned in the first panel and also you mentioned it this multi dimensional and this multi medial work and I think music is a very important aspect and now I think they have gone Andreas Nierhaus and Georg Schrom and the Wien Museum tomorrow opens an exhibition it was mentioned I think by Cosima in the start there will be also I think a section or especially an essay about Friedel Dicke and music and her connection to composers Hamida showed a portrait of Volpe a very early friend of hers a composer and many compositions were dedicated to her but I think to come back to her as a teacher it was important what she learned from Schoenberg and it was one year she made Compositionslehre and Harmonieleere Contrapunktig so but Schoenberg was also I think a very gifted teacher and one of his writings about Harmonieleere it has the under title educated to my teachers so I learn from my pupils I learn from my pupils so I think in this exchange in the dialogue and that also a teacher takes out the individuality or considers the individuality of a pupil I think all these aspects were very important for her later teaching in Vienna in the 31 when she gave lectures to kindergarten teachers I think more or less it's so the sources I think they have never existed in a way but I think she was a follower of Trude Hammerschlag also did lectures for kindergarten teachers and Trude Hammerschlag also worked together with Anna Freud at the kindergarten at the Börseplatz and yes then it was theater of course and I just want to mention as my last statement that also the sense of touch was very important and you know this is also a very important aspect of modernity that not only Montessor with her teaching Marinetti wrote his Manifesto Le Futurismo and called it Itatilismo and I mentioned it before Friedeldecker was very close to the art historian Ludwig Münz who published together with Victor Löwenfeld in 35 a book a publication about the art of blind people of the Blinden Institute where young people were blind young people also Jewish young people had also courses in in making art and to develop their psychological health so well I stop here and thank you for your attention thank you very much Bernadette for this very rich and very informative lecture I could have listened for hours but we don't have the time I'm sorry we continue with Mark Wigley who wrote about the unbinding interior of Riedel Dicker Mark Wigley is professor of architecture and dean emeritus at Columbia University he's a historian he's a theorist curator and critique who explores the intersection of architecture art philosophy culture and technology we look forward to listen to you thank you it's very it's an honor to be to be with you today but maybe the most special honor to think together with you about Friedel Dicker and I hope I have something to add but it seems impossible because so many beautiful things have been said maybe most importantly that Friedel Dicker was murdered and we don't forget but of course in remembering we run the risk that she's permanently then murdered again and again in our conversations that she is defined as a victim and thought so and thought in this way I think it is a risk to think about the risk to forget the murder is worse of course but between these two risks is this question of the relationship of biography and the works I want to begin a little bit with some biographical thoughts because I think the line between biography and non-biography if there is such a thing as non-biography I'm not so clear where this line is drawn or let's say at least each of us draws the line differently and if there is such a thing as Friedel Dicker and that would be a question too if there is one thing called Friedel Dicker that would be a kind of drawing of that line so we have to think a little bit how would how might in our imagination Friedel Dicker draw a line between private and public that would in a way act as a license for us to discuss for example her own private life I think of course this risk that to remember always the murder this risk is also affected by the fact that what if the work was already from the beginning a response to the violence that would in the end try to erase her but the beauty of this evening is she is not erased by that gesture right so what if the work was always shaped as a form of resistance to this violence a violence that she surely felt as a woman as a Jew and as a communist but I don't claim to know what those three words mean but they are certainly words that can be used to exert micro violence on someone which micro violence can be in your daily life and eventually can go from private to public in the most obvious way let's say the murder is the most obvious way but the same would be true with the status of a woman the status of a communist it seems to me obvious of course that Dicker experienced all of these micro aggressions and I think also more or less obvious maybe too obvious that the work shows this is clear in the work itself so my question is something like this rather than worry too much about biography to ask of the work what does the work say about biography what does the work that we associate with the name Friedel Dicker say about biography already very complicated because her name is not associated with a lot of the work that she did for reasons that we have self dispersal not so obvious because if there ever is such a thing as Friede Dicker it was always in collaboration as a student as you have already been saying as a teacher always always she constructs a collaboration and so maybe we could start a little bit with the question of collaboration I don't think that collaboration is A comes together with B collaboration is some kind of relationship that produces A and produces B so for example if almost all of the work that we would think of as architectural is done in association with Franz Singer and in every case the name of Friede Dicker is erased it's not simply a question of as it were restoring the name to this work but to try to understand what was the conditions under which the work was produced and under which it was erased and then erased again in the forgetting of Dicker and maybe erased yet again in associating Dicker with one very very gendered understanding of what constitutes the work that a woman could do in a collaboration something like this anyway I don't know about you relationships are complicated but it seems to me in a collaboration each figure says that I'm only myself when I'm with you and you are very annoying so I'm only myself when I'm by you so I react to you I produce a kind of immune reaction to you and that immune reaction becomes in a way me what's interesting about collaborations is of course that both sides cannot work without the other cannot be themselves without the other but also every gesture they make within the relationship presupposes what they already think the other is going to do so every gesture from one side of the collaboration already expects a certain response from the other side and so on and so on to such an extent that actually collaboration can go on before a couple for example gets together and afterwards in as much as if you dream of a relationship with somebody you dream of that kind of interaction this means that even if there seems to be a very gendered and very classically stereotypical terms division in the collaboration of Singer and Dicker where Singer and Dicker is associated with surface and texture and color and decoration this very very stereotypical division between masculine and feminine seems to be very much reinforced by the collaborators themselves but don't assume for that reason that the so-called decorative work is on one side and the so-called structural work is on the other it's far more complex so let's at least in a very short time very quickly try to understand this relationship probably they are already doing interiors in 1918 even before going to Bauhaus and of course Dicker is remarkable in being more Bauhaus than Bauhaus in a way she's sort of too good for the Bauhaus in a way she sort of passes through it and reveals the Bauhaus a little bit on her way through again why would we ever assume that the Bauhaus is something important and the people that pass through it are as it were the victims of this kind of machine isn't it the other way around that the Bauhaus is sort of important because there was this amazing flow of people and it could well be that the least interesting people in the Bauhaus are the ones most associated with names Walter Gropius etc. etc. all of whom were very efficient in removing the signature of the students by not by simply erasing it but by placing it within a very very clear project a kind of second architecture the real building of Bauhaus is not the famous building of Walter Gropius but not just Walter Gropius Gropius and Adler it's a collaboration that was not the real building the real building was the image of the Bauhaus that Gropius produces in collaboration with Mulholland Nagy and others afterwards the one that's remembered and it is in that one that we have to be sort of cautious but let's say at least before 1918 in 1918 they are doing apparently their first interior in the Bauhaus of course they work famously on four house projects which are co-signed you see Franz Singer's signature and Frieda Dickens signature below a very interesting house if you look at it because it's super gendered male and female the male has a desk the female has a round table interestingly even if the female is on the side of the children's room there's not a direct connection between her room and the children's room nor is there a direct connection between his room most interesting I think about this plan is the area devoted to their respective sleeping they don't sleep together or at least if they sleep together they sleep on top of each other which may not be such a bad thing in those very small spaces that you see which are withdrawn in the middle so somehow living is given space and sleeping not I think you see already there some kind of strange concept of efficiency because this is not an efficient house this is not a cheap house this is not a house for the working class it is kind of like a villa even its symmetry requires a kind of arrogance of money these extra features but then you should sleep in something incredibly economical what they do together in the collaboration is play this very very strange game of spending a lot of resources to make gestures in which it would seem that they want to use as few resources as possible very very elaborate work but they sign together let's say side by side at more or less and by the way the year's not so clear 20, 21, 22 not so clear the dating of this maybe later than normally thought perhaps earlier at the first work for the theater where again signed on the bottom also interesting signed every time different Franz on one side Friedel on the other and then they flip so again they refuse even a left right and you see of course already a kind of architectural kind of topic here a sort of small hut in a landscape maybe better to see it in color one can sense of course already that they are in fact they are in the workshop of Oscar Schlemmer when they are making these drawings so you recognize some of the features of the work it's also interesting as a small house that you can't enter there's no way in the very first collaboration they do is this one and here I think you see of course already so many of the qualities of the work it's a single room suspended in the air even with a kind of furniture element a single furniture element which is embedded in the walls coming out and it seems kind of impossible to get there and in fact there are ten more renderings like this which culminate in this one where the room itself is completely divorced from the outside so we see in this world of theater which is also a world of architecture all theater being a kind kind of staging of architecture and perhaps we could argue too quickly that all architecture is also creating a kind of possibility for life as theater you recognize the same theme in the 1920 image that you have seen before probably this is coming first again there's no way in and there's no way out is it a prison cell is this confinement is this the end there's a single piece of furniture but not being used there is a what might be an entrance in the floor but at least you're asked to think about this you're asked to think about what this means if the risk of remembering the murder of Frieda Dickel is to imprison her on the way to death and there was some reflection on the prison cell on being inside and being constrained then this is not such a simple thing is this person meditating in pain in agony probably all of these things it's a kind of reflection on that kind of room 1925 they start the first joint studio in Vienna not so simple of course Frieda Dickel had many studios with many collaborators and during the first one the joint one in Berlin Franz Singer very much wanted to do architecture but it didn't really happen eventually he moves into the studio of Frieda Dickel here in Vienna and they start to do architecture and he starts to name every project done in that studio as the work of Franz Singer and put the name of her studio so this is not subtle this is the most straightforward example of the kind of erasure of the supposedly female side of a male-female partnership it's absolutely 101 it's like a textbook we could think of other examples we were thinking earlier about Mies van Rohe and Lillie Reich may be the most clear example and if as I believe is the case that Lillie Reich is the inventor of Mies van Rohe is the person who made Mies van Rohe we may have every reason to suspect that Franz Singer is the invention of Frieda Dickel after all why would you erase somebody's name one of the reasons to erase them is if they have invented you the last thing you want to be is someone else's invention I'm not necessarily making this argument here at least I'm creating the possibility for thinking that I think at first at least as a much more equal kind of relationship in which for reasons that might be pathological or might be even a kind of example of generosity Frieda Dickel does not seek her signature she does not protest and in fact her work might be understood as was suggested in the earlier conversation as a kind of self-conscious erasure of signature erasure of the singular figure what are the characteristics of this work that there is no outside these are interiors without an exterior and an interior without an exterior is actually bigger than the exterior so this is an inside in which you can't get out nor can you get in actually you can only get in by kind of going in through the roof these are something like those flowers that attract an insect and when you're they're very attractive very seductive they're entirely made every surface in color and fabric they're woven they're kind of folded up they are looped whenever there is what you might think of as a window it's covered so this is a sort of extreme interior so together Dicker and Singer are making interiors almost all of which will be inserted into existing buildings so they are kind of linings of an existing building they're kind of like hanging fabrics into a building they are sort of in that sense portable they float beautifully in space we have no reason to imagine that these images are produced by either Dicker or Singer since of course any architectural office involves many collaborators who are all working together all of whom have a lot of agency in the kind of aesthetic decisions nobody is simply representing an idea of someone else or to say it another way around if my role it is to represent someone else's idea just a look on my face can make somebody else change their idea as I look up from when I'm drawing it with certain disdain that's collaboration seems to me but again look at the on the right the interior if we sort of zoom in on the windows you can see that they are really rendered as solids so they are like the idea of a window but they're actually given this and quite beautifully rendered even in a kind of schematic plan you see the windows on the bottom are red again read as kind of solids maybe this one represents most fully this idea of a kind of a folded interior a very very thin interior notice all the furniture clings to the edges and sort of spirals around but if 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 they're and they're embedded in the edges but if they're embedded in the edges then it's not really furniture by the way I think a good working definition of architecture is anything with furniture so if you put a chair in the middle of a desert immediately there is a gesture of hospitality a gesture for occupation but everything is furniture then it's not furniture anymore again it's kind of like the world literally you can see some of the drawings have been folded up to produce that effect they were even published in magazines as as fold ups so this folding quality this sort of wrapping quality is essential to the work again I could show you image after image but probably you already get the idea notice also there is a kind of spiraling movement in the organization in every corner something is happening something is coming out of the walls or out of the floor or out of the ceiling the thing is almost alive and if you zoom in more closely on the drawing it seems to me any division between so-called structure, mechanism and line and texture, fabric color, decoration these become uninteresting observations there's not one without the other perhaps if anything the decoration the weaving has been held up by the structure the purpose of the structure is to hold the weaving up which of course is a kind of echo of a very Semperian way of thinking where Semper of course famously argues that the real architecture is in the fabric and the role of structure is to be as it were a kind of a scaffolding not by accident Dicker and Singer are very close with Adolf Loos and who's a very close reader of Semper and not by accident perhaps they are the only architects I think to be able to insert their own interiors inside a building of Adolf Loos while he's designing it while he's making it so close it is again just keeping an eye the drawing itself has the same quality as the architecture that will come from it which is this kind of weaving this intimate weaving of fabric when she's working with weaving I say she already entering that kind of gendered argument if I look at she I see architecture decoration is again embedded in a kind of a structure this could be a bag or the cover for a book if it's a bag or a cover for a book it's a kind of an architecture of course a kind of a space the reverse is also true when I see what looks like architecture on the left there is a real carpet it's actually thought of as carpet there's a kind of confusion if I look again at the fabrics the textiles of course I'm from the architects union so you have to forgive me but it's architecture obviously and not just it's not just architecture it's super not boring architecture or this is architecture that would render most famous architecture of the 20th century pretty boring right can you think of that moment like think in the 20s which is who are you going to put alongside this even this even this the more you look so this idea by the way that we should think of this as feminine as color as fabric as seduction calls on us not to observe the structure the geometry the structure in the fabric itself what were we looking at there we were looking at structure right the threads I know you know what I mean but no matter how much we know this it's difficult to remember or to say it another way around there's more architecture in the fabric than there is architecture in the structures that are holding the fabric up if we look at the structures holding the fabric up you can see that in a way the color and the fabric kind of bursts out of the volumes right so if the boxes are quintessentially associated with Singer and the colored fabrics are associated with Dicker Dicker is like exploding out of Singer and this doesn't mean exploding simply into color it's mathematical it's calculation it's precision and it becomes a so-called growing furniture furniture itself will grow has the ability to grow only in as much as textile and fabric can grow out of structure this thing that I'm describing is the very possibility of the architecture if color and fabric can grow out of structure an interior could be always alive and could be growing out towards you at any one moment literally kind of as it were breathing again image after image you cannot draw a line between the structure and what's behind it you end with an object like this what kind of idiot would want to then distinguish the structure of this from the fabric or at least you would say the only role of the structure is to bring it up off the floor to meet your body a version of this chair you see here in 1927 in the so-called woman's room again reminding that in this gender kind of operation there was a woman's room and a man's room this is the woman's room one of the symptoms of that is the vanity unit in the distance because after all as we know only women are vain men have no interest in their self-perceptions by the way wouldn't you only erase a woman's name if you were very interested in your self-image so shouldn't the biggest vanity mirror be for the man maybe this was for the man who knows but there's the design for the same vanity unit for a different project but this was the catalogue where you see it there room number one you don't see any mention of Frieda Dickel even though what I showed you was the woman's room defined mainly by what it is that we associate with Frieda Dickel Dickel sorry when we go to the catalogue is the name of the architect Franz Singer not trained as an architect but called an architect and of the constructor then we could jump to an exhibition in the same building 1929 very important exhibition a kind of demonstration of all of the ideas of the studio very kind of didactic exhibition in which in every corner of the space objects would explode with life a monolith opens up like a kind of a Swiss army knife or a set of chairs come rolling out from a wall it gets published like that it's published everywhere but there's also you see on the bottom right a kind of room in a box room in a cupboard the idea that you could slide a bed out from underneath a monolith and with this bed you could have sleeping and eating and clothing everything in the same place so a kind of ambition that one piece of furniture could generate an entire house not simply a house in a room but in a way a whole room a whole house inside a single box it gets abstracted you can probably see from this that there were very clear labels and explanations and architectural drawings explaining that they get slowly erased you can see the erasure of the names on the right and then it gets erased even more so that the place where the drawings were on the wall becomes a kind of abstract screen of course this is a very richly colored image and were you to see this in color you might read this more as part of the weaving project and of course this is what I'm suggesting to this is a weaving mechanism but then when published by Singer himself again without mentioning Dicker in a kind of self-promotion you see that it's been abstracted even more maybe this is the most interesting most important piece of so-called furniture which is really architecture you see even the vanity again on the right and his own kind of x-ray drawing of the thing floating in space already this idea of a single piece of furniture floating in space which is able to generate architecture I can put this inside an existing building and create a kind of another architecture inside and even a kind of a super abstraction where it's like a kind of a spaceship where even the floor seems to be produced by opening this thing up so if I open this thing up I will get floor and roof and so on and I can occupy it in this moment of time Dicker and Singer are really separated he's no longer in her studio she's no longer in the same studio she's becoming more political more known as a teacher more known as a lecturer she starts to give lectures on colour she's arrested in November of 1931 for activities of passport forging I by the way like to think that she was very involved in the passport forging and the idea that she was then convicted and imprisoned and famously Franz Singer testified at the trial that she did not have the ability to draw a straight line that was used to defend her anyone that knows Dicker's work knew that she perfectly knew how to draw straight lines like it's just the sort of ultimate insult firstly from him but then from generations of architectural historians that treat that as a very kind gesture look at the typography pages that she did for Itten they are kind of miracles of geometric precision so I'm assuming she was there she was making the passports in the office with the communist cell so they are separated and also separated personally and professionally meanwhile they are doing these very important works which have exactly the same quality I suppose what I'm suggesting to you so fast is they only ever did one project and this project was a kind of piece of furniture able to turn into a whole kind of world an interior without an exterior and they were all done for different clients and were kind of as it were inserted like an archipelago of related spaces you will notice that the same furniture pieces come up again and again almost all of these clients were not necessarily intimate friends but close associates in the Jewish community very much at a time in which it's a time of race riots on the streets in Vienna this is a time in which the private space becomes a kind of sanctuary or at least a place of dignity and solidarity so perhaps to know that you are living inside one of these interiors and there's a similar interior in a similar person's house that is enabling them to also act as if the world outside is not a dark violent place which it is these are interiors which take the position that you could be murdered at any moment which you are and which at some level we all are so this is where I think the biographical risk of thinking about the murder bleeds into an advantage what if the work was always treasuring the possibility or the need for a kind of fragile flexible piece of clothing that you could live in and keep the outside world at bay a piece of clothing you could take with you that could travel and that could change this would be not only a vital piece of clothing for a woman for a Jew for a communist each of whom is experiencing and in Dicker's case all three microaggressions in daily life all of which became public torture what if this is a kind of ambition for architecture to create this kind of let's say defense against the nightmare that is the outside world so these floating kind of spaceships carry in them a very very deep political kind of charge but also an emotional charge they are separated Dicker has to escape to Prague Singer escapes to London and in London he turns this idea of a bed that slides out from underneath a furniture piece into the possibility of an entire house he launches a patent for two versions one with a kitchen one with a kind of changing room he then very quickly modifies this project to become a project for housing for Palestine through 1934 to 36 again there is the same idea the bottom image on the right is the same as the image that's patented it's a kind of a growing house a sort of a spiraling house you see it in section everything spirals around the showers and the beds are inserted in the intermediate level so quite a remarkable kind of project it would look here like Frieda Dickel is no longer visible to us we don't see the sensuality and so on but I'm asking you to consider the possibility that she's very much there in this work and the fact that he's in London he is by the way calling her all the time because he was never able to work as an architect without her calling her and asking her to do commissions and I think she's fully present in these images she starts her own office in 1934 the same year in Prague again with another fellow architect another woman she in 1936 starts another office yet again and I think not by accident for the first time in her life calls herself architect so if she has been erased and cut off from the world of architecture and 10, 20, 30 international publications in which her name never appears there is a moment in 1936 where she says actually I'm an architect and I finish just by showing you a project from 1938 this is a project for a full house that will occupy a space of 1.35 metres by 3.3 metres by 3.3 metres this is exactly the most extreme version even more extreme than the housing for Palestine of a kind of close packing where very very tight space is set up to enable for sleeping for working and for cooking and eating so my general argument today very very fast is just to consider the possibility that Friedel Dicke is sort of the name of a certain kind of optimism about the possibility to construct art, ideas social life and so on in the face of the darkest possible danger understood as a kind of form of teaching and as a kind of a hospitality that will ultimately always want to kind of give itself over to whoever it is that is receiving that hospitality it is in this sense that I think that Dicke is the name of a teacher and I would like to think I would like to be a student of hers for sure thank you so much Mark for this very thoughtful insight of Friedel Dicke of work before we start with our discussion please allow me to make a very personal remark perhaps for you especially for the young generation you can't imagine what it means for me to be here on this occasion of a presentation of the book on Friedel Dicke because for you it might be just a normal book presentation but it's not when I studied art history in Vienna at the university in Vienna in my whole study I didn't hear one single word of any single woman artist woman artist didn't exist Friedel Dicke didn't exist and when we started I and many colleagues of my generation when we started to work about women artists to dig them out of the past and to generate work on women and gender and to start gender studies we were looked at like aliens so after all I think also in spite of that the whole world is in the moment in such a catastrophic development there are at least some achievements and I want to stress it and also I want to thank you all of you who really pointed out this very importance of visibility of female artists so thank you very much at the beginning you worked on very different topics but what I have the feeling that when I think of the last panel and the discussion we had we have some aspects which take us a bit further to see the many reasons for the heterogeneity of our work and I think that some of them is this network the inverse net this many many relations she had two so different personalities as you showed and also with the collaboration so perhaps we can just see this as one of the points for the richness actually I would say it's a richness I don't see a lack of continuation of style because this is for me this is art history and formalism so I would say it's a richness and it had many reasons would you agree I think it's very beautiful the way you say it I agree it's a strength I think it was I mean it was also a threat somehow in the sense that the ability to do everything I mean this is really in a certain way it's threatening to art historians yes have their little boxes so it's kind of a double thread you know it's a sort of a double thread and even if I think for example I portray stupidly Franzinger as a sort of typical man vain blind and violent I think she was perfectly arrogant opinionated tough I think she knew very well the effect of doing too many things and not making her own brand I think so in my strong feeling I don't have an explanation for it I think it was a kind of project part of my fantasy is that she makes this very strong return to painting at the end only because she had neglected it a bit I don't think it was really a kind of fundamental now painting even if she writes like this she writes finally I return I think it was more looking on the arc of her career she had not done enough painting so she really devoted herself to this so I think she was ready for us I think really she was aiming her work in a more cosmic frame not so much for the writers of her day I really I like to imagine that she knew there would be like with the children she somehow knew that those two suitcases of drawings seemed impossible to imagine that but she imagined that those drawings might survive and if they survived the life of the students of the kids would survive too so I have a little bit of the feeling that she somehow left us some things in a suitcase you agree Bernadette yes and what you now mentioned Mark the intensiveness of painting in the last years I sometimes have the feeling that she really missed painting because there was so much doing on design and architecture and for me it is really impressing as originally I'm an architectural historian so to see the first drawings of a grand floor you see that was made by people who have no idea of making a plan or a ground floor besides the aspect that the sleeping rooms are that little in a bourgeois setting and then in 36 I guess this wizard card together with Carla Bloch one of the most important or most important one of the very important architects to have the self confidence to name herself an architect also whether her nor Franz Singer had an education as an architect and to to keep it simple I think she she gives nothing to what somebody says what she should do or not and how and I remember very well a film a video a self made video so some of my colleagues from the team here know it where it is a taxi driving with Hilde Kotny and Edith Kramer a very important pupil of her and one of the pioneers of art therapy and these old ladies were sitting in the 80s in a car Georg Schrom was the driver he told me and they were talking in German in old Austrian accent talking about Friedel and they said oh yes and if I think back that Friedel was such a wonderful warm-hearted person in Teresin and when I remember back Edith Kramer knew her as a child as a teenager and she said yes and she was that cruel and that brutal and she said oh I could vomit what are you making with your drawings so I think there is so much development in her personality and I think it's always the artist who I see in the architectural conceptions also with Franz Singer and I'm happy that Dani Singer is also here today from London and I think there is a strong development yes may I just ask you something what interests me because if I look at these designs for me they are like paintings and I think they're wonderful paintings as you say but nothing is left they're all destroyed and can you do you have an idea how it really looked like in reality I mean what is the relation between the paintings and designs and the built flats well they're of course they're destroyed as part of the violence that I think that they were designed to resist I mean so they are erased intentionally specifically the specific clients the specific situation so for me the drawings already convey a kind of aspiration an idea a kind of they're a form of optimism so for me it really almost doesn't matter what they really look like or how they were experienced what matters is the optimism so most interiors in the history of humanity are destroyed also so I actually think about these drawings a little bit what I was saying before about the suitcase it is amazing that we are able to look at this how are we able to look at a drawing from 1938 in Prague and there is this network this very beautiful network mainly around the families of those who were working in the offices both in London and in Vienna that kept these documents these documents for us to see so for me it's a lot I don't I don't grieve for the building also it's a repeat of what I'm saying is that in this concept it can disappear it's part of the idea she took with her the furniture from the studio all the way through and as you know she was in smaller and smaller places it's possible this is for herself she was smaller and smaller but everybody who visited said I felt I was in the biggest salon of the most interesting conversations with the happiest you know ironic highly political conversation but happy and so I think in a way this is meant to be fragile I'm not saying it's not it wouldn't be beautiful that we could find such a rule you know maybe there is such a there were 170 projects maybe there's one somewhere we don't know do you want to make a comment and also on the question of this heterogeneity on the question of heterogeneity geneity I've kind of lost the thread a little bit I guess I could say one thing Mark started talking about whether it's a strength or a weakness right I could make a comment about being on the margins and I think being marginalized or being on the margins is a difficult thing however as a historian you can look at the position of being on the margins as a gift being on the margins means that you have to see the point of view of other people you naturally have to learn more about the world and when you think about how she's on the margins historically speaking just looking at her work that doesn't fit into any kind of set models that we have allows us the chance to rethink things her creativity is definitely worth our attention right I don't know if that connects to what you're talking about I was really affected by what you it goes through your lecture and I think it's a connection also to your constantly work that is the narration of victim or the narration of victimness and in a way this perverse eschatology or this perception of this murder of this death and another thing about this biographisms in this scene not only on Friedel Dicker's oeuvre and her life but also on others and there is another aspect we didn't mention and of course we are really missing Stephanie Kitzberger's talk about the political photo collage but the other thing is her childlessness because of many abortions so I think if you consider about Frida Carlo or others where this is really stressed and it goes back I remember quite well the first seminars I made in the early 90s when we discussed about is there something like female art in the contrary to male art and I think the word gender was not dead in my mind in these times so in a way it's that what you mentioned that we are always continually rewriting this kind of weakness or weakness and I think you worked a lot on female artists biographies so I think you are always confronted with that I agree with you and I think what we know of the biography of Frida Lickers she absolutely refused the role of victim this is the nature of the work I would include in that her relationship with Singer it's not for us to say of course at one level you say victim because okay he was married to someone else in a relationship that was preceding it but it's not for us to be kind of moral police or say that she was in the wrong position she knew exactly who she was with and why and also I think that when I said before that Singer couldn't not do any work without her I don't mean this as a criticism of him I think this is a great strength somebody that understands that their work is not possible without someone else I'm sorry for repeating my point that's why I was trying to say you see in this image all of Singer everything we associate with Singer's desperate attempt to minimize the space and to make this close backing it's here in this image and you see in my opinion in his 1934 houses for Palestine I see her so I think it was they had a thing they could work together this meant they could have a kind of children in the sense of work but in the personal life I think when the office really broke the pain of no children did become a real part of her work and starts to figure in the artwork so I have this sort of two sides one says to me we should have no fear for Frida Lucca she is a very image of strength in possible situations we could worry about ourselves a bit more right now what's going on right now but I also think it's not about demonizing for example Zinger when it comes to art historians I have the opposite approach I'm in the mood for assassination when it comes to historians who choose to be blind to the obvious in drawings this seems to me let's discuss the biography of art historians no yes you are right I miss in our discussion I miss something and I just yes I have a question that really concerns me I miss that Stephanie is not here but it's it's because of Stephanie but it's also because I really do think that the political question is so important in Friedel Dicker's work so I just want to point out one thing can we have can we have this yeah what concerns me is the relationship between Friedel Dicker and politics the communist party and the Soviet Union and my impression is the following let's see whether we have this yeah thank you especially in this political posters and perhaps may I add that one of my best student Angelica Romau made a fantastic diploma thesis about these posters this was actually the first serious work on this but my impression is the following that I mean for the first thing is I think that this is the most radical most analytical visualization of the theory of Karl Marx but what I see here is a contradiction between text and image and more precisely between the words and the aesthetic staging and the photomontage this what you see now overflow of goods the bourgeoisie becomes fascist you have the giant proletarian and he is only a shadow he is not an optimistic positive hero and the apparently optimistic lines about the alternative function of commodity production in the Soviet Union they point downwards and not upwards as their content would suggest it's not to a positive future and the same pessimistic view characterizes the sheet this is how the world looks like my child and the mobilizing final words and if you my child don't like the world then you must just have to change it and these words when you look at it they fall down into the banknotes and just to a hopeless capitalist world and how may I ask is this helpless baby supposed to change this world so I think I think that this is I mean I'm always very interested in the ambivalences in art which are much more much clearer than in texts normally and I think that this is a very pessimistic view of the world and I can't imagine how a communist party would have agreed with this but I mean I would like to hear your opinion to this what do you think I think we're really missing Stephanie who's really intensive worked on that I guess that Friedel Dicker so I think it also turned out that it's not clear if she really was a member of the communist movement one doesn't know yeah so this is the one thing the other thing is that the communist movement of course had different layers and different groups and I think Friedel Dicker was very unorthodox to use this term of the communist party in everything and I think she had a really high sensibility of reflection and it me to me it seems the difference between the images and the text and how it is put as you pointed it out it seems a little bit cynistic in a way not ironically really in a bad humor sense and as we know as I got to know from the talks with Stephanie these were very huge photomontages and also with a lot of painting structures and it's not completely clear in which use it should be so perhaps Stephanie found out I guess and it's very what me always strikes in comparison to John Hartfield is that it's very complex and it is really difficult to read it or to see what's in it I just want to add maybe something I know about the collages also because we are shown one of the collages at the exhibition I curated with Stephanie together so we talked a lot about it and she said that it's that it's very forward in the way she uses the collage maybe as an educational tool also it's very analytic and it very much tries to analyze the reality therefore it is pessimistic because it's very she uses the Marxist vocabulary in order to analyze the present times and she does this in a way not maybe in comparison to John Hartfield or to Hannah Hörig or so in a way that she forms another image that maybe is more based on or more achieving a transformation of something but she puts the things next to each other in a way that you can really follow through the collages as a way of a dialectic way also therefore it can possibly they were used as such as educational posters but this is not clear so thank you I just was going to note that she made storyboards for a film of Das Kapital and if we study the storyboards maybe we could start to answer the question because I agree totally that her worldview is I mean when I said optimism before it's optimism that you launch strategically in the face of darkness you think of the painting of Fuchs learning Spanish he's in a kind of domestic space he sees nothing but behind him is total danger and I think these are not that different from this and I agree of course they're too complicated for propaganda and if they were for educating it could be interesting if they were for educating educators that they're actually for starting conversations like the one we're having now rather than here's your message I just have one comment to follow on that I think it's much more effective than propaganda because it's an invitation to read it and to think so you're not going to convince anybody if it's too direct and I think people enjoy the semantic openness of it so they can recognize what they see in that evidence that's put together as you were talking about yeah so I just had a little comment on the initial question whether there is actually a contrast in the message in the aesthetic message on the one hand and in the textual message on the other side because as Christian Scherrer and I were looking at the another author of the catalogues we were looking at the images yesterday in exhibition and I've written the catalog entries for them so I've read as well a fantastic thesis and I think that question connects to another question that Christian asked yesterday which is her relationship or her attitude towards the Soviet Union that you also mentioned in the beginning so the question of if that is within these collages idealized as the place to go the role model the model that is actually something we want to aim for and that the other side of the world is portrayed as chaos and in another collage that is the future of the child called the future of the child there is a juxtaposition between kids from the bourgeoisie and very rich kids and very poor kids and at the very bottom there is this kind of little glimmer of future that leads towards the Soviet Union so at least it looked to me as if she presents this model as something that might work so this question of if there is any hope in these collages or if it's crushed by the message and they're completely pessimistic might also be answered by looking at her relationship with the Soviet Union stand for further comment or question well I think the interesting question is not so much if she had been a communist or not if she's been member or not but how long has she been communist during this years she was obviously a communist I mean you mentioned the forgery of the passports which is probably not only that she hid the things in her luggage in her atelier probably she was more involved in that I read the biography of Edith Tudor Hart which is the Austrian photographer and I discovered there that the woman I forgot her name which married Kim Philby one of these Cambridge Forbes one of these famous spies for the Soviet Union she lived in the apartment which was the last address of Friedel Dicker in Vienna so whatever that means but okay she was a communist but when when you remember the painting we saw in the first round of Lenin and Don Quixote which is obviously a political message there was only the common way of reading it okay you see this fool Don Quixote sitting on Rosinante and there's Lenin which is unfinished and Lenin is pointing at the Pythagorean Leersatz and behind the red flower of revolution so Lenin is pointing out which is the way and this painting followed the discussion of Friedel and Hilde Angelini Cotney these two friends they discussed about communism or Zionism because okay both were communists but Friedel was to a Jewish woman so it meant totally different things for both of them for Hilde who was my aunt she said well communists we have to stay here and to resist and well and Friedel it was another question being a Jewish woman but if you look at the painting beside of this common sense as it has been seen you might discover the most powerful element in the painting is the white rosinante the horse the white horse Lenin is a little bit person like he's standing in the mud well if you don't it might be the question if Friedel Dick at that time really was a communist for me it's not clear at all I think it doesn't play any role anymore in these years after the year fort in the letters it doesn't there's no relation to some you have to consider that you couldn't write really at that time you have to hide a little bit my opinion that would be the most more interesting question how long has she been communist I agree I think that's an important question and my and this might be also an answer to the changes in her work because the political situation changed enormously yeah I always think on Margarete Schüttel-Lichotzki we also have the estate in the University Archive of the Angewand in our collection and so many things are the same so how to deal with small rooms on minimal space and so and she went 1930 with the group from around Ernst May to the Soviet Union so many things are similar and I think in the 30s and 31 32 when these collages came up I think the idea of the Soviet Union was really fascinating and the Soviet Union also invited architects and artists and so on to build up this new state to have the chance to build a new society beside that of course we know that the Stalin system was working on and I think there's another thing it's also in the painting of Fux Lerner Spanish that is the Spanish civil war the Spanish Bürger Krieg the fascist the fight against fascists in Spain until the mid of the 30s I think this is very important for all the left winged if they are members of the Communist Party or not and I would say about 36 37 many things changed also if you were not Jewish and had not to flee in the perception and some kind of introspection started but as you know from the letters from your aunt both of them were very politically but the fields of the conversation were more about art history and perception and how to look on paintings and so on sometimes as I remember quite well there was something that she got books from her aunt and I think she wanted a book of Brecht remember well and then Hilde wrote are you crazy I cannot send you a book of Brecht in these times but I think it's some kind of making the steps backwards and concentrating more on artistic work which she really loves to do I think I mean just to add a small note I mean it's such an interesting question that you ask maybe we can make a distinction between being political and being a communist so it's possible that communism was for her like photography or just a medium through which she could think in this moment literally a specific medium but this doesn't make it less political it seems to me and we probably also have to remember that the theatre work was all coded as socialists the circle of friends so many of the clients so she's really on in a very particular political space and then the explicitly communist part is a short period and it does look like another art form that is being experimented with but I don't think it makes it less it's not to say she was less engaged in it or to say that the work before and after was not political I think it was resolutely political I think the teaching of the children at the end was absolutely a kind of political statement I think probably in my imagination communism is pretty big but there's also something bigger and perhaps it's very interesting the idea that Soviet Union was a mirage possibility as it was for many architects it's one of them right and I think the word of solidarity is very important so I think also I mentioned Ilse Weber which I didn't know until this morning I have to confess is to of course if you read the stories about the camp in Terresin and others of course but also Terresin was a special camp I think there was a lot of confusion of course it was some kind of organized confusion and the self organization making the schools for children trying to keep the teenagers out of the streets and so on and to feel that you are needed I think it's not the question if they know if they will be murdered or not at the moment when you work with children at the moment when you are working or care for old people so I think this is important I'm very sorry I have to look on my watch and it's very late and I think we have to close it we still talk I thank you very very much for your inputs and for you for your discussions thank you and good evening